Wake News Radio für alle die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in der europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net Untertitelung des ZDF, 2020 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 lu oder .net zuhören, die ich natürlich auch herzlich größe. Ist ja klar. Könnt ihr auch mal ruhig reinschauen, gelegentlich. Und dann habe ich auch so Spezialthemen, wie zum Beispiel Weltkrieg 3. Wer das nicht findet, so auf einem Eib, auf meiner Seite vielleicht auch nicht. Es gibt zum Beispiel da so Themen, da gibt es oben so einen Reiter, da steht Wake, das heißt also, das ist die Hauptseite, News, dann Themes, das ist nämlich schon auf so Neudeutsch, heißt eigentlich Themen. Dann About Us, das heißt über uns. Radio TV, das ist ein Link, der soll später mal aktiviert werden, wenn ich dann soweit bin. Aber da finden wir auch die ganzen weiterführenden Links zu all meinen Kanälen und Seiten und Partners und so weiter. Aber bei Themen, wenn man da draufklickt, dann kommt man eigentlich zu einer Seite, wo man also das eine oder andere findet, was einen vielleicht interessiert. Oben in größeren Rubriken und unten in kleinen einzelnen Punkten. Das werde ich auch über die nächste Zeit wieder alles neu organisieren, aber im Moment ist das so. Und da glaube ich ganz oben, Highlights mit Direktlinien, kann man sofort zu ganz bestimmten Themen kommen, sollte man sich für etwas interessieren. Sollte das gar nicht für jemanden zu schaffen sein, dann kann er das einfach in die Suchmaschine eingeben und dann fallen ihm Millionen Hits vor die Füße. Aber man kann das, das wird schon irgendwie funktionieren. Okay. Ganz klasse fand ich die vielen positiven Resonanzen hier von euch oder von denen, die das gehört hatten zu unserer letzten Sendung am letzten Donnerstag mit Dr. Gabi Rehda. Das ist im Prinzip auch ein Thema, was mit dem heutigen in gewisser Weise in Verbindung steht, denkst du, Mind Control. Und zwar, wer kontrolliert da eigentlich? Die Schattenmächte kontrollieren ja unsere Gedanken und Träume. Da hängt es nicht darum, zu beschreiben, wie die Antennen und die Anlagen aussehen, wie sie das machen, sondern wir wollten so ein bisschen den Hintergrund geben über das, wie das alles vielleicht wirklich zusammenhängt, bis auf die Ursprünge unseres Universums. Das hat die Gabi klasse gemacht und hatten da so ein paar Tonproblemchen. Deswegen habe ich da vorhin so von einer halben Stunde mal hier das gecheckt online, ob das funktioniert und es funktionierte. Und wenn das irgendwie nicht funktionieren, sollte, meldet ihr euch ja eh sowieso. Und wie ihr euch melden könnt, das ist ganz einfach. Per E-Mail radio.wakenews.net Haben auch schon viele gemacht. Da kommen auch schon wichtige Sachen, die ich gleich auch vorlesen will. Noch, bevor wir hier richtig reingehen, dann könnt ihr natürlich auch die Chaträume nutzen. Die sind auf der Seite wakenews.net wakenews.radio, wo die Player sind. Übrigens einen davon könnt ihr ausschalten, sonst hört ihr alles zweifach. Nicht dreifach, nur zweifach. Da gibt es also auch Chaträume, da kann man auch hinein posten, wie man möchte. Bitte keine und so weiter. Okay. Jo. Hier steht es schon. Hier, Mensch, Dettel, bist du bereit für die Arbeit? Hast du deine Mütze und deine Stollentüter auch dabei? Und ich hoffe, du musst auch den guten Ton mit auf die Arbeit. Du weißt doch, sonst gibt es wieder Mecker, aber viel Spaß dabei. Mein Junge, hoffe, die wird nie Wucht. Hoffe, die wird nie ne Wucht. Achso, ne Wucht. Deswegen muss ich mich erst mal wispalisieren. Okay, hier. Also es ist schon ordentlich was los. Da sind schon einige drin. Und das nicht das erste Mal. Okay. Irgendwo habe ich jetzt mal einen Kommentar gelesen. Das war, glaube ich, bei YouTube. Ja, ich würde mal sagen, da kommen also manchmal Leute drauf, die haben gesagt, ich habe das zwei Minuten angehört und sofort wieder ausgeschaltet. Aber da ist ja über die Musik nie rausgekommen. Okay. Naja, wie auch immer. Also Musik ist bei uns immer wichtig. Deswegen erwähne ich unsere Künstler, die uns hier die Musik reinschicken. Wir werden heute wieder einiges Tolles hören. Zu Beginn kam Alwin IAB Army of Hell. Übersetzt heißt es Höllenarmee. Oder Armee der Hölle. Vielleicht auch. Passt irgendwie zum Thema. Habe ich mir gedacht. Okay. Ja. Also wie gesagt, wenn da Musiker, DJs, Künstler zuhören, ihr könnt mir hier jederzeit gerne Musik zusenden. Und da ist wirklich Stilrichtung oder so ganz offen. Ja. Weil ich höre alles und es geht ja nicht um mich allein, sondern vor allem um die Zuhörer. Die einen meckern da, die anderen lieber bei dem anderen. Wir müssen immer was zu meckern geben. Das ist meine Devise. Okay. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben so ein paar Dinge, die ich noch schnell erwähnen wollte. Und im Blickpunkt natürlich wieder hier die NWO, NGO, BRD. Wer das nicht weiß, was das für Abkürzungen sind. Ja, es hören ja auch Leute zu, ja, aus anderen Regionen. Also NWO heißt, ist die Überabkürzung von Neue Weltordnung. Das ist ja das, was die DIMS, die Dominativs in die Minorität, uns allen überstülpen will. Schon dabei ist. NGO ist die Abkürzung für Non-Governmental Organization oder Nicht-Regierungsorganisation und BRD ist die Abkürzung für Bordersrepublik Deutschland. Und da haben wir hier im Handelsblatt gefunden, einen interessanten Artikel, nämlich Neuer Rekord bei Hartz-IV-Sanktionen. Klasse. Über eine Million Mal hat die Strafarbeitsagentur innerhalb eines Jahres die staatlichen Leistungen von Hartz-IV-Empfängern gekürzt, die gegen ihre Pflichten verstoßen haben. Das sind 38% mehr als drei Jahre zuvor. Das lässt sich doch noch steigern auf 100%, oder? Das ist sowieso das Ziel bei den Sanktionen, 100% durch die Strafarbeitsagentur. Und wie das da abläuft. Haben wir übrigens am Donnerstag einen interessanten Interviewpartner diese Woche, 22. November. Da kommt nämlich der Ralf Böse, sofern er es gesundheitlich schafft. Zu mir in die Sendung, da diskutieren wir über seine, seinen Zfanktionshungern. Weil, nur so, für denjenigen, den Ralf der Ralf Böse nicht kennt. Ralf Böse ist ein Aktivist und Autor und der hat sich ein paar Gedanken gemacht, auch zum Grundeinkommen und ist aber auch in einer Hartz-IV-Situation selbst persönlich gewesen und immer noch drin. Und man hat ihn immer geschont, weil er so ein bisschen ein Promi-Hartzler war, so nennt man das, weil er auch politische Ambitionen hatte und so, da wollte man vielleicht nicht so unbedingt gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und dann hat er aber gesagt, so, jetzt hat man Schluss hier mit meiner besonderen Behandlung, jetzt mache ich Selbstanzeige und was weiß ich, hat sich dann aus dem Fenster rausgelehnt und hat sich selbst angezeigt überall, wo es noch konnte und dann mussten sie zurückschlagen und dann haben sie 90% sanktioniert. Warum nur 90? Damit noch was übrig bleibt, was sie noch kürzen können. Okay, also auf die letzten 10%, ich weiß nicht, ob er da schon gekommen ist, dann wären es 100% und dann hat er gesagt, okay, dann lebe ich von dem, was ihr mir gebt und von 37 Euro irgendwas, was da übrig blieb, konnte man nicht so doll so 4 Wochen leben, 30 Tage. 1 Euro pro Tag, ach, das ist doch kein Problem. Würden jetzt viele sagen, hier aus der Strafverbeizagentur, würden sagen, hier Mensch, das ist doch kein Problem, 1 Euro am Tag, da kann ich doch richtig toll von leben mit Kaviar, Sekt und Champagner und was weiß ich. Also die leben ja mit Sekt, Champagner und all dem. Und den Euro, den geben sie dann als Trinkgeld, ne, irgendjemanden. Aber ansonsten verbrettern und vermampfen die ordentlich viele Steuergelder da oben in den Etagen, oder? Ja gut, über das wollen wir ja nicht jetzt sprechen, sondern das machen wir am Donnerstag. Und er wird uns ein bisschen berichten, wie weit seine Aktion ist und wir möchten ihn gerne unterstützen. Habt ihr auch schon ein Ankündigungsvideo dazu gemacht und einen Artikel geschrieben unter vogwakenews.wordpress.com Kommt dann auch mal was von mir. Ja, das ist doch toll, weil gerade die BRD ist ja eine fantastische Organisation, ist ja kein Staat, aber trotzdem sitzt als NGO, als Nichtregierungsorganisation jetzt im Vorsitz des Unmenschenrechtsrats in Genf. Entschuldigung, UN-Menschenrechtsrat in Genf. Schöne Ecke. Genf ist schön. Toll Genfer See. Klasse, wer schon mal da war. Schönen Blick auf die wunderbaren, schönen Berge. Klasse. Kann man toll arbeiten da. Da kommst du mit einem Euro. Trinkgeld nicht aus. Okay. Jedenfalls dort wird dann also die NGO BRD als im Vorsitz sein. Und das ist ganz interessant, weil die natürlich, wie soll ich sagen, ganz besondere Aufgabe haben. Also ganz klar ist man das noch nicht. Aber gut, ich will das auch nicht vorwegnehmen. Machen wir am Donnerstag. Okay, gut. Das ist ein kleiner Einstieg. Kann ich ja schon mal drüber nachdenken. Aber es ist doch viel interessanter hier, was man hier liest. Beispielsweise Israel, ach, die haben noch keine Entscheidung über den Bodenangriff auf Gaza gemacht. Müssen wir erst noch überlegen. Wann, wie, wo, wie viel Bomben, Soldaten. Sind wir schon dabei. Von oben rasselt es schon ordentlich Bomben runter. Die DIMS wollen unbedingt überall Unruhe und alles zerstören und kaputt machen. Warum? fragt sich jeder. Sind das nicht auch irgendwie Menschen? Ja, gute Frage. Diskutieren wir ja auch im Laufe der heutigen Sendung mal drüber. Ob es da vielleicht auch andere Sichtweisen gibt. Jedenfalls, also die haben mehr Interesse dran, alles kaputt zu machen. Ah, das sieht irgendwie so aus, als wenn sie sich darauf richtig freuen, dass es dort richtig knallt und rotig, rotig, blutig zu sich zu gehen. Vor allem, wenn Kinder, Zivilisten, Frauen, alles wird niedergemetzelt, damit richtig schön das Blut fließt. Ja, es ist so. Anders kann man das fast nicht sagen. Hier, und hier, die US-Botschaft ist auch schon mitten im Kampf. Die Wachen der US-Botschaft feuern Bahnschüsse auf die Axtangreifer ab. Da geht's schon richtig los. Und das ist übrigens ja auch schon, habt ihr wahrscheinlich gelesen, sowas veröffentlich ja auch bei mir auf der Saalwelt Krieg 3, wenn wir mal drauf gucken. US-Navy entsendet Landungsschiffe zu Israels Küsten, Evakuierung von US-Bürgern möglich. Das ist ja gespickt voller Militär. Waffen, Zerstörung, Bomben, die bringen die Demokratie überall gnadenlos hin, ob sie es wollen oder nicht. die NATO. Ja? Ist doch klasse, dass wir die NATO haben, ne? Wenn sie nicht da wäre. Oh, Chills, Privatarmee. Müsste man es erfinden? Oder? Wie sollte man sonst die Demokratie weltweit verbreiten? Schwierig. Oder? Gut. Ich denke mal, ja, muss man ja auch mal drüber reden. Also, wir sind ja in der Matrix, das wissen wir, und diese Brutalität, Gewalt und so, ist ja das Steckenpferd der Dimms. Habe ich mich ja schon früher schon mal drüber gewundert, als so, als, ja, ich bin ja auch aufgewachsen mit Walt Disney Filmen. Und so, als Kind, ja, findet man das alles irgendwie spannend, interessant. Aber damals war das ja alles noch harmlos. und dann irgendwann, als ich mal Kinder hatte, habe ich gedacht, ach, machen wir mal so einen Film an, so von Walt Disney. Hatte ich immer alles so in guter Erinnerung. Zwischendurch hatte ich da natürlich nichts mehr gesehen. Und da ging das schon los, da wurde umgelegt, geschlagen, gehauen, zerstört. Das ist das. Das ist die Philosophie der Demms, der dominanten Irrsinn-Minorität. Denn wenn das die Leute rauskriegen würden, dass wir nur von einer ganz kleinen Gruppierung von paar tausend Männchen regiert werden, und wenn die nicht mehr da wären, dass das alles zusammenbrechen würde, und dann wäre nichts mehr mit Gewalt, nichts mehr mit Krieg, zumindest nicht von denen aus, dann könnten das ja alles ganz anders lösen. Und wenn jemand sagt, ach, hier hast du das gelesen, Kalifornien, habe ich bei mir auch veröffentlicht, hier unter News, Wake News. News. Kalifornien, in den USA, einer der größten Bundesstaaten der USA, wenn nicht der größte, hat die meisten Milliardäre dort, aber ist gleichzeitig auch der ärmste Staat, der ärmste Bundesstaat in den USA, jeder Vierte lebt in Armut. Und da sind sie jetzt hier weltweit dabei, das hier auch umzusetzen. Die hatten ja auch den Arnold dort, der hat das ordentlich vorangebracht. Jawohl. Ne? Nach dem Motto, ich bin Arnold, mach das. Und hier über die Angela, zeige ich mal, wie das geht. Hartz IV. Ne? Kein Problem. So. Ja. So ist das, ne? Also hat alles irgendwie, hängt das alles miteinander zusammen, hat man das Gefühl. Alles ist miteinander verknüpft. Und das hängt ja auch so ein bisschen mit dem heutigen Thema zusammen. Was wir uns jetzt gleich einlassen, vielleicht noch, äh, vielleicht noch, was hier, ach so, die BRD, BRD, kann man ja auch sagen, BRD, die BRD, Bundeswehr, wie soll das, Privatarmee, ne? auch längst in Rothschilds Händen, ne? Die sind jetzt mitten im Krieg. In ein paar Wochen schießen sie los. Ne? Dann werden alle schon verlegt, sind schon da teilweise, Direkt an die Front, damit's ordentlich Blutvergießen geben kann, auch bei den BRD, Bundeswehr, äh, Angestellten, ne? Logisch. Okay, wollen wir mal sehen, dass das alles noch so wird. Tja, ähm, so, und hier, Portugal, ne, wissen wir ja auch, äh, die sind auch so ein bisschen so gekniffen, was Armut angeht und alles wird gekürzt, ne? So, Goldman Sachs kürzt überall, zieht, dreht überall die Schrauben zu, ne? Wissen wir mal, ähm, Portugal, tausend neue Steuerbeamte und vor allem Denunziation. Hoho, sollen Staatskassen füllen? Hoho, die reiben sich die Hände schon, die nimmst, freuen sich, die Craps, die kriegen, Craps, das übrigens kriminelle Regierende, alle Politiker, weil die kriegen noch ordentlich was in die Tasche gestopft, damit, ja, sie auch mal ein Euro übrig haben, wenn sie mal irgendeinen Harzler sehen, ja, aber die sind ja knapp geworden auf Mallorca und in Portugal, Da gibt's hier, da gibt's hier wahrscheinlich ich nicht mehr so, seit den ganzen Sanktionen. Na gut. Okay. Ja, also soll ich euch noch mehr von der Matrix erzählen? Oder reicht das jetzt? Okay, also das heutige Thema ist ShapeShift. Sind Sie mitten unter uns? Was es damit auf sich hat, habe ich ein Artikelchen dazu geschrieben. Nämlich bei meinem Blog mywakenews.wordpress.com spannendes Thema. Ist das, was wir bei Hollywood erleben, was uns viele berichten, war? Gibt es wirklich Begebenheiten, wo unsere Wahrnehmungen andere Wesen entdecken können? Haben wir Kontakt mit interdimensionalen Wesen? Werden wir von solchen manipuliert oder verführt? Bekannte Autoren und Aktivisten wie David Icke und viele mehr zeigen uns auf, dass es viel mehr gibt, als wir denken. Andere Wesen, möglicherweise Reptoiden aussehens, nehmen unsere Gestaltern, so heißt es, können sich verwandeln, bisweilen werden den aufmerksamen Betrachtern dann Einblicke in dieses sogenannte ShapeShifting. Übersetzt heißt das, muss man ja auch mal sagen, Gestaltsveränderung. möglich. Tja. Zwar lassen viele Abbildungen von solchen Momenten, aufgenommen von TV-Auftritten und anderen Bildaufzeichnungen immer die Möglichkeit offen, ob es sich nicht einfach um eine Bildspur oder Pixelstörung handelt, aber wenn dann tatsächlich Augenzeugen auftreten und dann die Öffentlichkeit gehen, ja, um von solchen Beobachtungen einer solchen Veränderungen zu berichten, die sie hautnah selbst miterlebt haben, dann lässt das schon aufhorchen, oder? Sind dann solche Filme wie Sie leben gar nicht einmal verkehrt? Sondern erzählen sie uns von dem, was wirklich ist, aber nicht von jedem bemerkt wird? Nicht jeder, und davon berichten wir genug, hat die richtige Brille auf, nicht jeder hat das nötige Bewusstsein erlangt, um einen Blick hinter die Kordlössens zu erhaschen, ja, und eben, in dieser Sendung geht es auch darum, so ein bisschen über die aktuelle Lage, ja gut, Matrix, was willst du darüber berichten? Da kannst du eigentlich nur das vorlesen, was die anderen so alle schreiben, und dann kann man sich dann dazu den Reihen machen, kann dann überlegen, wem nutzt das, warum machen sie das, ist das immer irgendwie dasselbe Muster, alles immer falsche Flagge, und dann werden immer die eigenen Leutchen in andere Kostüme gesteckt, und dann wird abgeschlachtet, weil Blut soll spritzen, und solche Sachen, oder hier der Terror, alle dürfen nichts mehr frei machen, und müssen die Regierung fragen, oh, liebe Regierung, darf ich atmen? Das haben sie auch schon untersagt, mit CO2-Steuer, demnächst das nicht mal mehr selbstständig atmen, das ist das Leben in der Matrix, wie schön, okay, aber wir wollen ja jetzt auch mal so ein bisschen hören, wie das Shapeshifting möglicherweise empfunden wird von Leuten, die das tagtäglich selbst erleben, und da ist es ganz klasse, dass sich ein Gast hier bei mir das traut, darüber zu sprechen, denn das ist ja nicht so ganz einfach, ne, erst mal das Thema, da wird man also dann angeschaut, ne, und dann viele werden auch wieder sagen, der Dödlef, jetzt spinnt er vollständig, jetzt sprechen wir über Shapeshifting, oder sowas, ne, aber bei mir, ich bringe die Sachen, die mich auch selbst interessieren, und das ist dann ganz toll mutig für Menschen, die dann auch sagen, ja, ich berichte tatsächlich mal über das, was mir widerfahren ist, was ich erlebt habe, wie meine Wahrnehmungen sind, denn wir wissen ja, wir leben in einer Zeit, wo vielen viel mehr möglich wird, als wir das vorher je geahnt hatten, ja, nicht umsonst sind wir ja eben 2012, ne, und da habe ich also hier einen Gast, der den Namen, äh, also ein Pseudonym trägt, mit Namen Oleander, oder auch genannt Ole, ne, und die Ole, die ist, äh, auch ständiger Gast hier bei mir, beim Zuhören, ne, auf den Chaträumen, und da haben wir das irgendwie so, äh, da waren wir mal beim Mumble, stimmt das, ist die Ole schon drin hier? Ist die schon freigeschaltet? Hat die sich schon, hat die das Mikro freigeschaltet? Ja, 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 hat sie. Ah, super Ole, also klasse, dass du da bist, dass es hier funktioniert. Wir haben ja vorhin schon einen Test gemacht, oder? Ja, hat ja ganz gut geklappt, ja. Genau. So, und du bist also ja auch schon hier mal, äh, zumindest gelegentliche Hörerin meiner Sendung und bist hier in den Chaträumen auch mal unterwegs und hast dort auch selbst eine eigene Fangemeinschaft, oder? Ja, so wie das aussieht und ich das gerade so lesen darf, ja. Und ich grüße meine liebste Bande, ganz, ganz festen Drücker an euch und ganz besonders möchte ich dem Belli, ähm, ganz liebe 90, 60, 90 Grüße wünschen. Ja, und auch die Zuhörer von Mylene FM begrüße ich und, ja, bitte. Was war das jetzt für ein Code? 90, 60, 90, bist du auch mit dieser Numerologie im Gang, oder? Insider, Degliff, Insider. Ah gut, okay, aber ich muss doch nicht alles besticken. Okay, aber wie gesagt, da haben wir also auch mal uns ausgetauscht beim Mumbl, Mumbl, beim Elen und kann ich mich sicher mal reinschauen, ne, oder, ähm, gell, und da haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen, da kam das raus, dass Ole also ihre Erfahrungen hat mit allen möglichen solchen Dingen und das ist klasse. Jo, ich würde mal sagen, dann starten wir mal, weil die Ole wird uns jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie sie überhaupt in dieses Thema reingekommen ist. Sie muss nicht nicht zu viel über ihre Personen preisgeben, weil wir das nicht wollen, dass hier, ne, irgendwelche Drangsalierungsmaßnahmen starten oder so, gell, oder? Also gebe ich dir mal das Wort, Ole. Ja, danke, Detlef. Ja, zu meiner Person, ähm, ich habe, oder ich darf dieses Privileg nutzen, dass ich beruflich hier und da dann schon mal durch Deutschland geschubst werde und dementsprechend Kontakte eben halt zu Unternehmen habe, die die meisten von euch so aus dem Fernsehen oder aus den Medien kennen. So, und wir waren im letzten Jahr, waren wir dann unterwegs in NRW. Es handelt sich da um ein Gelände, groß, wie eine Stadt in NRW. auf diesem Gelände bestehen mehrere Kleinfirmen, Großfirmen, also so ein Konsortium. Auf jeden Fall hatten wir da eine Präsentation im Softwarebereich und der Tag an sich, der fing eigentlich schon sehr, sehr komisch an. Ich saß hier morgens in meinem zweiten Wohnzimmer, sprich in meinem Büro und hatte dann so an einem mir sehr, sehr liebnahen Menschen gedacht, weil es wird, glaube ich, nachher ein bisschen klarer, den ich über viele Jahre nicht gesehen habe. wie gesagt, ich hegte den Wunsch, dass diese Person vor der Tür steht. Naja, auf jeden Fall mussten wir da morgens los. Und das B-Männchen ist natürlich auch ein Verkehrsraudi, so auf A42 und hat uns da beinahe in einer ziemlich prekären Situation gebracht, wo ich dann das Gefühl hatte, dass es besser nicht tun soll. Der wollte also über den Seitenstreifen fahren, es war ein Stau und ziemlich blöd ein bisschen angepisst war, dass ich ihm gesagt habe, er soll das nicht tun. Letztendlich hat er es, glaube ich, nicht bereut, weil wir über den Seitenstreifen gefahren, wären wir in eine Polizeisperre gefahren und wären wahrscheinlich tot gewesen. Gut, dann weiter, wir kamen dann eben halt an diesem Unternehmen an, in NRW, und wie das halt so ist, muss man sich dann vorne an den Rezeptionen melden, wir wurden dann halt mit dem Shuttlebus abgeholt. Irgendwie kam mir das alles schon so unheimlich vor, im Shuttlebus selber. Als wir dann über den Hof gefahren sind, waren da, ich glaube, man kann es vergleichen, wie in Anführungsstrichen doch unsere deutschen KZs, die Blöcke, stand dann auch an den Häusern, stand auch Block 1, Block 2, Block 3, hat mir schon sehr viel Unbehagen gebracht an der Stelle und gut, dann waren wir dann da, wir stiegen aus und ich fühlte eigentlich schon in dem Moment, dass es ein böser Ort ist. Wir sind dann weiter in dem Bürokomplex. Die Sitzung bestand letztendlich aus fünf Leuten, drei von der Gegenseite und eben halt zwei von unserer Seite. Eine Person von dieser Gegenseite saß also neben mir und die anderen beiden saßen mir gegenüber. Dann passierte Folgendes, ich saß mit dem Rücken zum Fenster und irgendwas knallte immer von außen gegen den Fenster. Ich schreckte jedes Mal hoch, drehte mich um, aber da war nichts. Das legte sich, indem der, der neben mir gesessen hat, den Raum verließ. So, dann ging dieses Gespräch erstmal so anderthalb Stunden in der Regel, wenn wir halt in so einer Sitzung sind, dann ist es Minimum so circa drei Stunden und kann auch schon mal länger werden. Naja, auf jeden Fall so nach circa anderthalb Stunden, wie das so ist, musste ich dann halt mal aufs WC. Kam dann wieder, nahm meinen Platz ein und ich habe gedacht, ich habe irgendwie eine Halluzination. Ich sah also gegenüber sitzenden Herren, man muss sich das vorstellen, wie so ein Energieband, Energieband, ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll, auf jeden Fall sah ich halt eben diese Energie, die eben halt diese beiden Personen umgaben und damit war natürlich auch mein Interesse geweckt. Dann habe ich das Ganze beobachtet und in der Regel haben diese Leute oder diese Wesen, wie auch immer, wie sie definieren sollen, die Unart zu zümmeln. Das heißt, die strecken in irgendeiner Weise immer ihre Zunge aus. Naja, auf jeden Fall war es dann wohl so, dass die beiden bemerkten, dass ich es wahrgenommen habe. Und dann war natürlich irgendwie so innerlich der Teufel los im Raum. Was ich dann total lustig fand, die Sitzung ging dann noch so circa anderthalb Stunden weiter und diese anderthalb Stunden hielten sie sich dem Mund zu. Das macht man einfach nicht in einer Sitzung, wo es dann halt Vorführungen oder Verkaufsgespräche geht, da kann ich meinen Mund nicht zu halten. Haben die beiden dann aber getan. Also da war eine ziemliche Unruhe. Der eine raste raus, kam wieder rein, der andere fing dann da an mit seinem Handy und jedes Mal wenn irgendjemand von den beiden was sagte, hielt er sich dann den Mund zu. Und beide beobachteten mich. Ein Moment mal bitte. Ja, das hat sie jetzt schon mal ganz spannend geschildert. Jetzt sind wir natürlich außerordentlich gespannt da drauf, was sie noch so entdeckt hat. Aber ich meine, das ist natürlich schon jetzt aus dem Leben gegriffen. Hochinteressant. Schauen wir mal, wie das jetzt gleich weitergeht. Jedenfalls, als sie es mir das erste Mal erzählte, in der Form, habe ich wirklich gedacht, man muss die richtige Wahrnehmungsfrequenz haben, um das wirklich live sehen zu können und hören zu können, was da alles so abläuft. Ole, bist du wieder dran? Ja, ja, Entschuldigung. Und wie der Teufel es so wollte, es war eine 0800er Nummer. Jetzt gerade. Jetzt gerade, ja. Angenommen, weggedrückt, leidt und tot. Der nächste Repto ist schon dran und will wissen, Mensch, komm ich auch mal rein in die Sendung beim Detlef. Erzähl doch mal weiter. Nochmal, wie das mit dem Mund zu halten war. War das mit der Hand oder hielten die einfach ihren Mund mit den Lippen zu? Nein, nein, die haben also, die haben also schon ganz offensiv die Hand vor dem Mund gehalten. Weil, wie so ein Kind, was den Mund so hält, weil es gemascht hat, sollte. Ja. So nach dem Motto, hast du schon ja, ja, brichst du mir da ein bisschen ab vom Sound. Jetzt sind sie, das reicht dir jetzt noch nicht, die 0800er Nummer, jetzt wollen können sie auch noch hier unsere Gespräche abklemmen oder wie? Also versuch mal noch weiter zu erzählen, sonst müssen wir noch mal neu verbinden. Gut, auf jeden Fall ging das ganz, wirklich immer anderthalb Stunden ging das so, dass sie dahinter verschlossenen Mund irgendwo gesprochen haben und dann ließen die beiden mich dann auch nicht mehr aus den Augen. Ja, also ich stand unter permanenter Beobachtung. Wow. Ja, und wie kannst du die beschreiben, die Männer, also ohne, dass wir jetzt die Identitäten wissen wollen, aber was, sind das so Black, Men in Black oder einfach ganz normal aussehende Menschen gewesen oder wie? Äußerlich natürlich, ganz normal wie du und jeder andere von uns hier auch. Also da gibt es keinen Unterschied. Sie sind halt Schlipsträger, wie es halt so ist in dieser Branche. So anders können sie ja irgendwo auch nicht außer groß sein mit Schlips. Und was auch unüblich ist, wir haben ja neben der Software haben wir ja auch noch ein kleineres Unternehmen parallel dazu, was die Leute beinhaltet, die dieses Programm bedienen können. Ja, das heißt, die Mitarbeiter werden dann halt in diesem Unternehmen eingesetzt, um eben halt Software-Schulungen zu geben oder eben halt die Arbeiten vor Ort zu erledigen. Ich falle nicht unter diesen Leuten, also man kann mich nicht buchen oder mieten in Firmen rein. Das Interesse dieser Leute war dahingehend ziemlich groß und man fragte auch nach mir, wie das denn mit mir aussehe, ob ich denn auch so da in den Betrieb kommen würde. Und dann natürlich mit meinem kleinen gottlosen Mundperk wieder ich, ja das wüsste ich aber und ich konnte ja gar nicht anders. Eigentlich war ich fix und fertig. Es hat so viel Energie gekostet, das glaubt man nicht. Letztendlich Das heißt, die wollten dich engagieren, quasi für sie zu arbeiten, oder? Ja, richtig, genau. Ich sollte also in diesem Unternehmen arbeiten, was also für mich untypisch ist, weil ich habe mein Zuhause in meinem Büro, mich kann man nicht mieten, komme denn da hin. Und wie gesagt, das habe ich dann auch dankend abgelehnt und dann sind wir raus aus dieser Firma und dann fiel auch dieser ganze Druck irgendwo von mir ab. Im Auto bin ich eigentlich durchgedreht. Aber du bist die Einzige gewesen, die das jetzt so, ja, du warst die Einzige, die das erlebt hat, in der Form, also Außenstehende meine ich. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich konnte es ja auch eigentlich recht gut beobachten, da sie mir beide gegenüber saßen, der eine so ein bisschen schräg links und der andere schräg rechts, also das war eine Kontrolle beider Seiten über dem Tisch, das war unheimlich, es war unheimlich. Ja, du hast auch so ein Energiefeld festgestellt, war das irgendwie so ein bisschen so wie die versuchten auch über ihre Frequenzen die Sache zu kontrollieren oder zu beeinflussen? Das kann ich so nicht beurteilen, weil wie gesagt, mir ging es dann, ich habe erst gedacht, ich hätte mich verguckt mit dem Energiefeld, aber das war dann nicht so. Es blieb also bestehen, es blieb also mindestens zehn Sekunden bestehen, bevor es dann verschwand. Aber diese zehn Sekunden habe ich definitiv wahrgenommen. Ja, das ist unglaublich. Da hast du einen richtigen Einblick bekommen in etwas, was nur sehr wenige checken, oder? Ja, wie gesagt, das waren ja auch nicht die einzigen Dinge. Es ist ja auch so, dass mich hier auch bei mir zu Hause auch Merkwürdigkeiten umgeben, die ich überhaupt nicht zuordnen kann. Ja, und interessant wäre es für mich an der Stelle auch, ob es andere Leute gibt, auch hier unter uns Hörern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil ich fühle mich ganz schön allein, ehrlich gestanden. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also alle, die jetzt hier dazu Kommentare abgeben wollen, können das natürlich auf dem Chat machen, machen, aber das geht immer zu schnell, vielleicht dann lieber eine E-Mail schicken, für Leute, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, oder Fragen jetzt auch an unseren Gast haben, können das gerne reinschicken unter radio at wakenews.net freuen wir uns auch drüber, oder? Okay, ja, also nur zu. Gut, aber du hast ja auch noch andere Dinge erlebt, außerhalb dieses Meetings, wo das ganz eklatant zum Vorschein trat, dieses Züngeln sozusagen, oder? Richtig, genau, ja. Hast du, du hattest mir freundlicherweise, vielleicht das noch vorab, Ole, auch ein Video zugeschickt, was ich auch in die Linkliste gestellt habe, bei mir auf der Seite mywakeness.webpress.com unter dem Artikel, wo man sich anschauen kann, wie das im Bild eventuell aussehen kann, und da gibt es den Papst und ein Mädchen, wo man was sehen kann. Kannst du das vielleicht mal schildern, was man da sehen kann? Also, ich bin vor längerer Zeit auf dieses Video gestoßen und ich fand das eigentlich recht interessant. Es zeigt eigentlich ein dunkelhäutiges Kind stehend neben Pfarrer, Pastor, weiß der Geier, so ein Langrock halt eben, den die Welt nicht braucht. Das ist der Papst Ratzinger, neben Ratzinger steht sie. Ach, ist das der Ratzinger? Ja, so toll finde ich Kirche. Ja, ist schon interessant, halt dieses Kind ist auch, es zündelt mit der Zunge hin und her, weiß ich nicht, was man davon halten soll. Auf jeden Fall solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, ich fand das deswegen beeindruckend, ich habe es mir auch direkt nochmal vor der Sendung angeschaut, weil wir ja auch darüber sprechen wollten, zumindest darin ja was erkennen können, dass nämlich der Ratzinger, der da steht, was verliest auf Englisch, in seinem Deutsch-Englisch, Denglisch, und da sieht man auf seiner rechten Hand, die so einen dicken, schweren Ring trägt, wie sich da seine Haut irgendwie so verkrümelt, das sieht so aus, als wenn das dunkler grünlich wird und so irgendwelche Beulen rauskommen aus der Hand und dann wird es umgeschwenkt, auch derjenige, der dieses Video da analysiert hat, auf dieses Mädchen, das ist ein ganz kleines, junges Mädchen, vielleicht so um die zehn, maximal zehn Jahre fallen, die also dann so rüber guckt zu ihm, rechts rüber, ihn so anguckt, so irgendwie, aber so vollkommen anders, als wenn man das so von einem Kind kennt, sondern eher, das wird analysiert als satanisch, luziferisch, schaut sie ihn an und dann fängt diese Zunge an, wie du sagst, die kommt da richtig raus, eine riesige Zunge, die dann also einige kommentierten unter diesem Video recht obszön, dort Bewegung macht, man muss es sich ansehen, also mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, ja, war das so richtig, Rolle? Ja, es gibt ja verschiedene Videos, die eigentlich ziemlich real wirken, sollte man sich auf jeden Fall angucken, auch auf jeden Fall dieses Video ist glaube ich, gehört ins Hausaufgabenfach. Also Hausaufgaben machen, ne? Alles klar. Ja gut, aber du hast ja noch andere Sachen erlebt, du hast also da noch die Möglichkeit, dann können wir ja auch im Anschluss, wenn du da so durch bist mit deinen Fällen mal, du hast jetzt noch eine gute Viertelstunde Zeit bis zur Pause, kannst du ruhig mal loslegen und das nochmal so ein bisschen schildern. In Bezug jetzt auf was, der Cliff? Ja, also deine Erlebnisse, die du hattest, auch bezüglich anderer Dinge, die du mir berichtet hattest oder bist du noch nicht fertig mit der Heiligen Geschichte? Doch, einen Satz zum Abschluss möchte ich noch sagen, als wir dann wieder zu Hause waren, wie gesagt, ich hatte mir ja morgens, hatte ich mir ja was gewünscht und dann war ich eigentlich gegen Nachmittag mit meiner Murmeltiermama verabredet, ging dann raus und machte die Tür auf und dann stand dann genau diese Person vor der Tür nach sechs Jahren oder über sechs Jahren, wie ich es mir am Morgen gewünscht habe. Also das so zum Abschluss. Also wie gesagt, es war ein ziemlich komischer Tag. Ja, Ole, du verwendest so ein paar Ausdrücke, die für dich allgemeiner Sprachgebrauch sind, aber für alle anderen vielleicht eher Fragezeichen aufwerfen. Du sagtest was vom Behörnchen und Murmeltiermutter oder sowas. Ja, so nenne ich meine Mama. Okay, ja, alles klar. Ja gut, ich meine ja nur, dass die Leute es verstehen. Okay. Ja, jetzt hatte ich mir natürlich mehrere Punkte aufgeschrieben, aber wenn mir jetzt so ein bisschen die Zeit davon läuft, würde ich dann was sagen. Du hast Zeit genug, du hast Zeit genug. Wir haben jetzt eine Viertelstunde bis zur Pause, und dann haben wir noch eine ganze Stunde. Ach so, okay. Wir nehmen uns die Zeit und dann noch vielleicht ein paar News zwischendurch, aber ansonsten nur voran. Ja, fange ich einfach mal an. ich bewohne ja hier meine Behausung seit circa drei Jahren, ja, über drei Jahren jetzt mittlerweile. Und das ist auch so die Zeit meiner Aufwachphase. Und da ich ja auch überall meine Nase reinstecken muss, auch wo sie halt nicht reingehört, stößt man hier und da natürlich auch auf Dinge. So, und dann fing hier an, dass es hier Bewegung irgendwie so in meine Umgebung reinkam. Das fing an, dass ich irgendwann hier oben in meinem Büro auf meinem Laminat so einen roten Punkt wahrnahm. So, wie so ein, wie heißen diese, Pointer, so ein Pointerpunkt, nur etwas größer. Auf jeden Fall habe ich den ignoriert. Ich hatte also so viel Schiss und so viel Angst, dass ich erst gar nicht irgendwie geguckt habe, wo kommt denn das her, weil das gehörte einfach nicht auf meinen Fußboden. So, mir ist auch Gott sei Dank da nichts passiert und, wie gesagt, Dinge, solche Dinge stelle ich dann einfach auf ignore und dann gibt es die einfach nicht mehr. was natürlich sehr beunruhigend für mich war. Jetzt wird es ein bisschen diese Bettvorkommnisse. Also, das ist irgendwo ein Ort, ich weiß nicht, warum es so ist. Auf jeden Fall, wenn ich dann abends im Bett liege und viele von uns werden das oder von euch werden es auch kennen, man macht die Augen zu und es manifestiert sich ein Licht im Kopf, ein helles Licht und interessanterweise habe ich dann immer das Phänomen, dass ich dann anfange, Dinge wahrzunehmen und immer wenn das passiert, bekomme ich von hinten sowas wie einen Stromstoß, als ob mir jemand einen Taser in die Wirbelsäule schlägt. Oder jeder von euch hatte vielleicht schon mal so einen Stromstoß an einem kaputten Kabel oder so bekommen. Ich glaube, so kann man das gut in den Vergleich setzen. Auf jeden Fall werde ich dann aus dieser Strömung herausgerissen und ja, und dann ist alles dunkel. Das sind Vorfälle, die sind zweimal passiert, was auch schon vorgekommen ist und das finde ich dann auch sehr unheimlich. Ich habe dann auch im Bett gelingen, es war kurz nachdem das mit diesem roten Punkt hier bei mir im Büro war, ich habe so eine total coole Matratze, die fühlt sich an wie ein Porsche, die nimmt also alles mit, jede Bewegung und ich habe dann Licht ausgemacht und dann merkte ich, dass etwas am Fußende in meinem Bett gekrochen kam. Das war so deutlich zu spüren. Also mir blieb das Herz stehen. Es war unheimlich. Hattest du das im Traum oder warst du da noch wach? Da war ich noch wach, Herr Glöf. Nein, es war nicht meine Katze. So, und das ist eine Sache und wie gesagt, ich merkte das, ich merkte, wie sich etwas, wie gesagt, über meine Matratze bewegte und ich machte dann die Augen zu und ich habe das auf Ignore gestellt, ich habe es nicht mehr wahrhaben wollen und bin dann Gott sei Dank auch ziemlich schnell eingeschlafen. Am nächsten Abend passierte das wieder. So, und dann habe ich dann einmal einen kleinen Ohlemut zusammengenommen und habe dann den Raum gebullt, raus aus meinem Bett. So, und seitdem kam das dann auch nicht mehr vor. Den nächsten, den nächsten Fall, ich weiß nicht, oder sind irgendwelche Fragen dazu? Ne, 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 erzähl mal noch weiter. Ja. So, dann ein Vorkommnis hatte ich dann auch vor allem Geschäft. Das ist also auch eine sehr unheimliche Geschichte, die ich für mich persönlich auch nicht wirklich deuten kann. Aber wir können das vergleichen, es gibt diesen Film Sam, Ghost, viel, vielmal Ghost-Nachricht von Sam. Ja. Ja, denke ich mal, ist in einem oder anderen bekannt. So, Ausgangssituation war eben halt, ich bin aus meiner Lieblingswehrstadt gekommen, wollte halt in diesen Kram laden und war eigentlich, ich sag mal so, sechs Meter vor, ja, Geschäftseingang. Da habe ich dann einen Schlag in den Rücken bekommen. Aber wirklich, mein ganzer Körper hat aufgezuckt. und dann bin ich rein in dieses Geschäft und das, was ich noch weiß, ist, ich bin, obwohl ich schon zigmal in diesem Kramladen war, bin ich da durchgegangen, so ich das erste Mal durch dieses Geschäft gehe und das erste Mal diese ganzen Sachen gesehen habe. So, dann bin ich da, weil ich mich ferngesteuert durch dieses Geschäft durch, kam dann irgendwo wieder zum Ausgang und stand dann da eine verharte oder bestimmt eine knappe Minute und dann, irgendwie habe ich mich dann geschüttelt und brauchte überhaupt erstmal einen Augenblick, um wieder irgendwo zu registrieren, wo ich überhaupt war. Hatte dann vergessen, was ich einkaufen wollte in diesem Laden und war sehr irritierend für mich. Tja. Komisch, ne? Ja, weiß ich nicht, wie geht man mit sowas um? Ja, vor allen Dingen, du hast es eben nicht nur einmal gehabt, sondern es kommt häufiger bei dir, dass du so Erlebnisse hast, oder? Ja, ja, das ist mit zuletzt vor 14 Tagen. Das war auch wieder so eine Geschichte. Ich bin auch wieder ins Bett gegangen, macht das Licht aus, man schließt die Augen und daran erinnere ich mich also auch, ich habe dann eine Straße gesehen und da waren zwei Gestalten. Eine dritte kam irgendwie aus dem Licht dazu und als ich mich darauf fokussieren wollte, schepperte das, es schepperte so laut, ich kann euch noch nicht mal sagen, ob das jetzt im Raum selber schepperte oder halt in meinem Kopf. So lächerlich, wie sich das jetzt schon wieder anhören soll. Das war ein Geräusch, als ob jemand ein Rollo schlagartig runterließ. So, es rumste richtig. So, und dann wurde ich auch wieder aus dieser Geschichte rausgerissen und konnte nicht mehr zurück. Ja. Ja, gut, ich meine, wir wissen ja, dass viele Dinge auf uns einwirken. Wir hatten das auch schon in der letzten Sendung angerissen, ohne darüber natürlich explizit zu reden. Deshalb ist es gut, dass wir heute mal solche Punkte andiskutieren, die auch schon sehr detailliert und personenbezogen sind. Nämlich, dass es möglich ist, dass wirklich Dinge auf uns einwirken, entweder interdimensional, das heißt aus irgendeiner anderen Dimension, die wir nicht wahrnehmen können, zumindest optisch nicht, dass man also irgendwas mit uns tut. Das hast du zum Beispiel beschrieben mit diesem Film in Ghost, wird das ja zum Beispiel dargestellt, das ist schon ein bisschen älterer Film, aber sicher da in der Beziehung mal interessant, sich das anzuschauen. Und das ist denkbar. Es können Geister sein, es können, was weiß ich, Dämonen sein, es können eben Wesen sein, die sich in anderen Dimensionen aufhalten und dabei eben durch Shapeshifting auch sich vielleicht in unsere Gestalt verwandeln können, oder? Auszuschließen ist es nicht. Wie gesagt, ich habe den Film ja jetzt eigentlich nur jetzt daneben gesetzt, um das Ganze für die Bande hier irgendwo bildlich zu machen, was da vorgegangen ist. Ja. Und dadurch, dass das ja auch bereits zum Beispiel bei Hollywood verarbeitet wird als Thema und das ja nicht nur in diesem einen Film, sondern es gibt ja ganz viele so ähnliche Filme, wo das immer wieder eine Rolle spielt, da kann man dann schon davon ausgehen, dass das eben sicherlich auch zum Repertoire gehört, oder? Ich weiß nicht, aber es ist sehr irritierend, einfach nur irritierend. Ja, also was mich jetzt nochmal so interessieren würde, du sagst, du hast eigentlich kaum Gesprächspartner darüber, das heißt, es ist schwierig, über dieses Thema mit anderen Menschen zu sprechen, die natürlich wahrscheinlich erstmal die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn man damit anfängt. Ich weiß nicht, aber hast du sowas schon mal probiert mit anderen Leuten, darüber zu reden? Ja, natürlich, natürlich. In meinem engsten Umgebungskreis hatte man dann schon in Erwägung gezogen, mich in die Klinik zu bringen. Da gab es natürlich hier das Maramba Zamba, weil ich bin ja nicht verrückt, die Dinge passieren ja. Ja, und andere Leute, die vorher zu mir gekommen sind, natürlich, man spricht drüber und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, weil danach drehen mir die Leute einfach den Rücken zu. Ich weiß nicht, aus Angst, warum auch immer, auf jeden Fall, mein Freundeskreis, der war vorher sowieso nicht ganz so groß, aber ich war irgendwie komplett dezimiert. Ja gut, das ist ja etwas, was wir alle erleben. Du bist ja auch jemand, der jetzt nicht nur solche Erlebnisse hat, sondern ich weiß ja, dass du auch ansonsten die Matrix ja längst für dich erkannt hast, was da so alles abläuft und das ist natürlich auch schwer, wenn man sich einerseits in der Matrix auffällt, du bist da ja auch arbeitsmäßig aktiv und hast mit diesen Menschen zu tun, die also sich voll mit der Matrix identifizieren oder gar nicht wissen, dass es das was anderes gibt und dann trotzdem irgendwie ja zu erkennen, dass das alles nur eine Illusion ist. Das ist dann ja sowieso schon schwierig. Was ist denn so dein Gefühl? Warum passieren die Dinge, die du so schilderst? Ich weiß nicht, warum diese Dinge um mich herum passieren. Irgendeinen Sinn würde es haben und an der Stelle danke ich auch der Frau Dr. Reda. Ich hatte mich ja nach der letzten Sendung mit ihr auseinandergesetzt und sie hat da auch sehr zügig reagiert. Dankeschön, Frau Dr. Reda, wenn Sie nahe sind. A zufolge, dass wir uns dann höchstwahrscheinlich nächsten Monat sehen und sie dann auch meine Fragen beantworten kann. Ich habe noch keinen Weg gefunden oder noch keine Antworten gefunden, warum das alles passiert, aber irgendwas ist anders. Na ja, also gerade die Geschichte mit diesem Erlebnis, wo du diese beiden Männer in Anzügen hast züngeln sehen, deutet ja darauf hin, dass du eigentlich das bestätigst, was viele tausende Menschen bereits berichtet haben. Jetzt nicht unbedingt vielleicht hier aus dem deutschsprachigen Raum so prominent, aber wir wissen ja, dass zum Beispiel David Icke als einer der prominenten englischsprachigen Autoren sich ja mit diesem Thema beschäftigt und dafür auch sehr viel Kritik eingeheimst hat. Er wird ins Lächerliche gezogen und so und dies und jenes und man versucht also solche Leute immer gleich mundtot zu machen. Mundtot machen, das kennen wir ja schon hier, auch bei mir. Zu Unrecht. Ja, gut, aber das passiert, oder? Ja, also ich denke, das, was der David Icke da rüberbringt, da hat sehr viel Wahrheitsgehalt. Ja, ja gut, also ich meine, für mich ist es ja interessant, einfach mal auch den Tatsachen auf den Grund zu gehen. Ich meine, man kann über alles wunderbar, global und übergeordnet berichten und dann sagen, hier und da und der hat gesagt und dieses, aber dass es auch jemandem passieren kann, der im eigentlich sogenannten normalen Leben ist und der sich auch traut, darüber zu reden, das ist ja etwas, wie soll ich sagen, etwas ketzerisch, oder? Dass sich da jemand traut. Oder wie siehst du das? Ich denke nicht, dass es ketzerisch ist. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es soll alles hoch. Sollte es nicht hoch, dann wäre es nicht hochgekommen. So, und einer muss immer den Anfang machen. Das ist ein guter Spruch und dafür kriegst du jetzt erstmal einen Applaus, Mensch. Moment, warte. Hier, jetzt läuft der Applaus. Ja, Ole, das machst du klasse. Und wir können da ja auch so ein bisschen, ganz offen drüber reden, weil es ist ja, es gibt eine ganze Menge Leute, die uns zuhören, die, wie soll ich sagen, genauso skeptisch sind, wie viele andere, aber doch irgendwie dann doch das auch für möglich halten, denn gerade 2012 soll ja das Jahr sein, wo sie sich zu erkennen geben, ja, das ist ja auch schon in ganz wichtigen Schriften so niedergelegt, auch, ja, auch wenn man das vielleicht glaubensmäßig anzweifelt, aber offenbar scheint das ja irgendwie so was zu sein, oder wie siehst du das, Ole? Ich denke, irgendwas um uns herum passiert, eindeutig. Ja, ich meine, es gibt ja auch eine ganze Menge, da ging es ja auch letzte Sendung drum, um die anorganischen Wesen, die möglicherweise eben das Universum beherrschen, noch beherrschen, wo wir also Einblick haben, wie die auf allen Ebenen auch interdimensional manipulieren und vielleicht ist das eben auch ein Teil davon, oder? Gut, da würde ich dann ganz gerne die nächste Stunde mit dir nutzen, was diese Dimension angeht, auch da habe ich doch ziemlich nachhaltige Träume gehabt an der Stelle. Ja, das ist ein guter Hinweis, denn wir machen jetzt nämlich Folgendes, wir gehen jetzt in eine kleine gedankliche Pause um unsere Gedanken neu zu sammeln, um uns vorzubereiten auf das, was jetzt dann noch kommt. In der zweiten Stunde wird hochspannend und wir hören jetzt hier von Billy Blaze Open Your Eyes, wir sind gleich wieder zurück mit Ole und Detlef in der zweiten Stunde. Bis gleich! Für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsparze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in die europäische Zeit hereinschauen, mehr unter www.wikus.net Open your eyes Is everything better Remember when you were a child Mama didn't change at all So you always knew right from wrong You didn't have to worry about someone wanting your land You didn't have to worry Or taking your home How can you look at the world today And not get emotional How can you think that this would be be okay When everyone you love is hurting Have you gotten Have you gotten so used To ignoring the truth Can't you tell Can't you tell Can't you tell That the lion Opened your eyes Is everything better Remember the dream That's the American dream Did they bust your bubble Now someone else Is raising your kids Just so they can tax you double Have you got so little That you could lose so much Don't you care anymore Well I would rather live free Than to die a slave And I'm ready to back it up How can you look At the world today And not get emotional How can you see That this would all be okay When everyone you love Is hurting Have you gotten so used To ignoring the truth Man can't you tell That the lion Open your eyes Open your eyes Is everything Is everything Is everything Better now Well things can only Get better This is Wake News Radio With Detlef On UWS Community Radio And the International Community Radio Network Ja und ist der Detlef zurück aus der kleinen Erholungspause für unsere Gehirnzellen Die grauen Die kleinen grauen Oder Hatten wir jetzt eine interessante erste Stunde schon bereits mit unserem Gast Ole Und da ging es Wie wir ja schon alle gehört haben Eben vor allen Dingen um das Shapeshifting Und zwar persönliche Erlebnisse direkt selbst berichtet Von unserem Gast Nicht irgendein Aufsatz Ja oder eine Dissertation über das Thema Sondern das was ihm tatsächlich im praktischen Leben passiert Und das ist sehr mutig von jemandem damit rauszukommen Und darüber zu sprechen Eben weil das ja auch ein Thema ist Wo sich ganz viele ganz schwer tun Sich überhaupt damit zu beschäftigen Weil ganz viele Menschen in ihrer Matrix voll und fest eingebunden sind Und es sehr schwierig ist für Menschen außerhalb der Matrix zu denken Ja wir leben ja alle drin Und da ist es auch manchmal bei vielen Ja schon bei vielen auch mit der Fantasie schwierig Man kann sich einfach nicht vorstellen Etwas was man selber entweder noch nicht erlebt hat Und zweitens was auch die eigenen Vorstellungen sprengt Umso wichtiger ist es auch mal über solche Themen zu reden Und ich denke wir haben damit auch mal eine neue Phase eingeläutet Denn wir sind in 2012 Da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu Stimmt es? Ole du bist wieder drin oder? Ja der Cliff Ja da ist sie wieder Prima Tatsächlich ja Lass uns noch hier für unsere Zuhörer eins sagen Ihr könnt hier eure Mitteilung bringen Hier am 20. November 2012 In der zweiten Stunde sind wir ja Und zwar über den Chatraum Der ist zu finden unter Wakenews.net Wakenewsradio Gibt sogar drei Felderchen die man nutzen kann Und natürlich könnt ihr E-Mail schicken unter Radio at Wakenews.net Und da hat auch schon jemand was geschrieben Das dachte ich wollte ich mal vorlesen Weil das passt zum Thema ShapeShift Sind sie mitten unter uns? Und Ole immer dran denken Wenn du zwischendurch Ja Noch nicht so dran bist Einfach das Mikro stumm schalten Dann hört man nicht alles Was im Hintergrund noch alles so läuft Das ist nur so am Rande Okay Da schreibt jemand Fast gleiches Erlebnis Hallo Detlef Habe eine ähnliche Geschichte Ein Freund von mir hatte Als er 19 Jahre alt war Ein Vorfall Wobei ihm abends Als er ins Bett ging Ein Erlebnis hatte Er lag in seinem Bett Das Fenster war auf Kippe Da hörte er wie etwas durch Das Fenster in sein Schlafzimmer fiel Er sah nichts Dann zog sich etwas zu seinem Bett Aber er sah immer noch nichts Plötzlich sprang was auf sein Bett Und die Decke fiel in sich zusammen Aber er konnte immer noch nichts sehen Da wurde er im Arm gepackt Und er sah drei leuchtende Rot leuchtende Kugeln Um seinen Arm kreisen Er wurde hochgezogen Dann schrie er Und schlug auf die Kugeln ein Er wurde losgelassen Und rannte ins Wohnzimmer Wo seine Freundin gesessen hatte Die hatte aber nichts gehört Auch nicht sein Schrein Er hatte einen blauen Arm Man muss dazu sagen Dass ihm auch öfter passiert ist Dass Straßenlampen ausgehen Wenn er an ihnen vorbeigeht Leider hat ihm nie einer geglaubt Ich glaube ihm Weil ich weiß Dass er sich das Ganze Nicht eingebildet hat Mach weiter so Viele Größere Siehst du Also es gibt schon Den einen oder anderen Der auch ähnliche Erlebnisse hat So Aber jetzt wollen wir uns Wieder auf das konzentrieren Was Ole für uns Hier noch in peto hat Nämlich Auch so ein bisschen Über Dimensionales Zu sprechen Ole Ich gebe dir das Mikro Wieder in die Hand Virtuell Natürlich Ja Danke Ja Träume Träume Mehrere Ich hatte noch mehrere Viele von euch Wissen ja Dass Letztes Jahr Mein Olli gestorben ist Ich denke Das muss man da Ein wenig mit einbeziehen Olli war ja sehr krank Und auch da Bin schlafen gegangen Und es waren Sich In etwa zwei Wiederholende Träume Ich stand vor einem großen Ja Ich nenne es mal Tor Eingang Dahinter war alles weiß Und Es gab eine Aufforderung Also ich habe es mal so Als Aufforderung Aufgefasst Einzutreten Auch der Olli War bei mir Und er saß Neben mir Aber er wollte Da nicht reingehen Somit Bin ich dann auch Nicht reingegangen Und bin umgedreht Also es war Eine ziemlich Kurze Episode Ja Du solltest Vielleicht erwähnen Olli Dass es sich um Deine Katze Handelt Ja genau Um meinen Oleander Genau Daher auch Mein Name Es war Wir hatten Ein sehr Einiges Verhältnis Das muss man dabei sagen Also Ich habe ihn Göttlich geliebt Ja auf jeden Fall Hat sich dieser Traum Dann wiederholt Nur diesmal Habe ich ihn dann Hochgenommen Auf den Arm Und bin also In diesen Raum Reingegangen Es war ein großer Raum Er war weiß Und Definitiv waren Gestalten In diesem Raum Die habe ich also Wahrgenommen Ich habe aber nicht Die Gesichter Wahrgenommen Und auch da Reißt dann Irgendwo Der Faden Ab Im Nachhinein Wenn ich darüber Nachdenke Könnte es vielleicht Ein Ein OP-Raum gewesen sein Mit Ärzten Oder so Weil Man muss wissen Der Olli Hatte dann Darmdurchbruch Und Musste also Ziemlich unglücklich Sterben Und auch Den Abend Spätabend Als er Den Darmdurchbruch Gehabt haben Muss Habe ich Persönlich Extreme Schmerzen Im Oberkörper Also nicht im Oberkörper Sondern Im kompletten Körper Eigentlich verspürt Ausgenommen Arme und Beine Also ich glaube schon Dass ich das Dass er halt Diese Schmerzen Die er in dem Moment Empfunden hat Auf mich übertragen hat Ich denke Es war Ein Hinweis Für mich Darauf Dass er Krank ist Ja ich meine Tiere haben ja Telepathische Fähigkeiten Genau wie Menschen Ich meine Ist ja irgendwie Miteinander Auf Frequenz Verbunden Gut Ich habe Den Olli geholt Da war er sechs Also es war Irgendwo so Liebe Auf den ersten Blick Und ich darüber nachdenke Ob ich es nochmal machen würde Ja Ich würde nochmal 300 Kilometer fahren Um Den Kleinen Von Ort und Stelle Zu holen Interessanterweise Wusste ich auch Irgendwo 14 Tage vorher Dass er sterben wird Er hat mich angeguckt Ich habe ihn angeguckt Und ich wusste Dass er stirbt Aber nichtsdestotrotz Habe ich alles getan Und versucht Um ihn zu retten Aber letztendlich Habe ich da An der Stelle Den Krieg verloren Da vorausgehend Die Symptome Ich habe so Symptome Nicht erkannt Und so Auch so Tiere Ob es jetzt Hunde sind Katzen Mäuse Jeder hat mal Irgendeinen schlechten Tag Oder kriegt er mal Eine Grippe Das ist wie bei uns auch Und Er ist ja eigentlich Immer in der Regel Mit ins Bett gekommen Er war also immer auch Sehr nah bei mir Und den Einen Abend Ging es Ihm nicht ganz so gut Und dann Habe ich dann Das Licht ausgemacht Und Ja Irgendwo hat ja so Jeder so seine Naivität Und dann Habe ich dann halt In die Dunkelheit gebeten Den Olli wieder gesund Zu machen Und interessanterweise 30 Sekunden später Sprang er wie von Einer Tarantel Gestochen aus dem Bett Also Ich kriegte nur noch Mit der Spang auf Und Sprang raus Ich machte das Licht an Und irgendwie Biss er sich in den Hintern War so eine sehr komische Sache Und nächsten Tag Ging es ihm wieder gut Was ich auch sehr interessant fand Krass Mhm So Dann Eine andere Traumdeutung Und Ich hoffe Dass es unter uns Irgendjemanden gibt Der Das ähnlich Hat Mittlerweile Ich habe es abgestellt Ich gehe da an diesem Ort Nicht mehr hin Weil Obwohl es da sehr schön ist Möchte ich da eigentlich Nicht hin Ich komme immer wieder an einem Strand Der besteht aus Kristallen Das was bei uns Sand ist Sind da Edelsteine So Glassteine Alle Farben Und die Felsen Bestehen aus Kristall Nicht wie bei uns aus Steinen Und Am Ende Dieses Strandes Steht immer eine sehr sehr große Person Und Sie hat wahnsinnig lange dunkle Haare Und Dabei handelt es sich eindeutig um einen Mann Aber was ich bis heute nicht gesehen habe Sein Gesicht Ich sehe also nicht Sein Gesicht So Und das ist ein Sich immer wieder Wiederholender Traum Der einzige Der einzige kleine Unterschied In einem der Träume war Einmal Dass ich Da hingekommen bin Und Warum auch immer Lag ein Delfinbaby Am Strand Und diese Person Stand am Ende des Strandes So Und Ich erinnere mich ganz klar daran Dass ich dieses Delfinbaby Genommen habe Und ins Wasser getragen habe Und bin dann dahin Und letztendlich Ähm Endet das Ganze für mich immer Unangenehm Und das Macht das Ganze aus Dass ich sage Ich möchte da nicht hin Obwohl es So ein Sehr schöner Ort ist Und Ich bin auch Wenn ich da gewesen bin Nicht weiter gekommen Das heißt Ich durfte nie Hinter diesen Felsen schauen Ja Das heißt Es gibt irgendwas Was dir noch nicht Enthüllt wird Oder was Was im Moment Nicht für dich zugänglich ist An Informationen Oder Wie würdest du das sehen? Ich denke irgendwo Wird es einen Menschen geben Der unheimlich groß ist Und Ich weiß nicht Wie ich da hinkomme Ich weiß es einfach nicht Es ist zermürbend All diese Dinge Sind für mich Eigentlich innerlich zermürbend Weil Wenn man Mit jemandem darüber reden will Man wird Verurteilt Man wird abgeurteilt Man wird beurteilt Brauche ich nicht solche Menschen Ich brauche Menschen Die mir zuhören Ja Ich meine Es ist ja Für viele Leute Eben schwierig Über solche Dinge zu sprechen Über Träume zu reden Ist ja sowieso auch Nicht unbedingt so Ja So akzeptiert In unserer Gesellschaft Da darf Also Da darfst du nur von Geld Von Kommerz Und von sowas Träumen Aber Bitte nicht von irgend solchen Sachen Weil Damit können die wenigsten Leute Was anfangen Weil Die Übersinnlichkeit Die sinnlichen Fähigkeiten Bei den meisten Menschen ja auch so ein bisschen Wie soll ich sagen Verkümmert sind Ja Sie achten auch nicht mehr darauf Sie machen sich selbst lächerlich Häufig Obwohl das ja eine ganz wesentliche Wir haben das ja gehört Von der Frau Dr. Reda Das eine ganz wesentliche Eigenschaft von Menschen ist Oder Möglichkeit von Menschen ist Eben seine Oder ihre Antennen Aufzustellen Um eben diese Übersinnlichen Informationen Aufnehmen zu können Denkst du Dass das Was du träumst Auch etwas damit Zu tun haben könnte Bestimmt Bestimmt Und Wie gesagt Ich hoffe ja Dass es also Mit Mit dem Treffen Mit der Frau Dr. Reda Und mir Im nächsten Monat Startfindet Ich muss zwar halt Ein paar Kilometerchen fahren Von hier nach da Aber das nehme ich dann gerne In Kauf Und ich hoffe Natürlich Ich erhoffe mir Dadurch natürlich auch Klärung Was da mit mir passiert Weil Irgendwas passiert ja Ich merke Ich merke Die Erdbewegungen Mein Bildmännchen sagt immer Du spinnst Aber Als die großen Erdbeben waren Ich Verliere dann den Halt Der Boden Vibriert unter meinen Füßen Ja Jetzt beim letzten Mal Irgendwie Hat es mich fast hier Die Treppe runtergerissen Das ist als ob mir Irgendjemand den Faden Abschneidet Ja ich meine Die Möglichkeit offen halten Dass es sich vielleicht um Ein planetaren Körper handelt Der auch noch hier Einfluss auf uns Aber auf jeden Fall Alles was wir tun Das ist wie der Sack Reis So sagte das die Gabi In der letzten Sendung Der in China umfällt Oder der Schmetterlingsschlag Irgendwo auch einen Einfluss hat Irgendwie auf die Geschehnisse Auf der Welt Oder Wie siehst du das Also ich muss sagen In dem Interview mit der Frau Dr. Reda Was du geführt hast In einigen Punkten Habe ich mich Wiedergefunden Was mich dann auch dazu Veranlasst hat Die Frau Dr. Reda Anzuschreiben Und Sehr nette Dame Im Übrigen Sehr schöne Stimme Und wie gesagt Wir sind über eins gekommen Dass es wohl Sinnvoll wäre Sie einfach mal Zu besuchen Und Ich denke sie wird Einige Antworten Für mich Für mich haben Ja aber ich meine Was du aussprichst Olle ist Das was viele Vielleicht längst nicht alle Aber viele Menschen auch irgendwie spüren Sie spüren Dass irgendwas im Gang ist Sie können es gar nicht Genau Ja In Worte fassen Oder sich erklären Viele unterdrücken Diese Sachen ja auch Weil sie denken Ja wenn ich da jetzt Von anfange Dann lachen die mich Alle nur aus Und das was ich Und deswegen ist das ja So ein brenzliges Britzliges Thema Weil man ja doch Sehr darauf schaut Dass man ja nicht anders ist Als die anderen Also die meisten Wir sind ja eher anders Alle die hier zuhören Sind anders Oder Aber Die Leutchen draußen In der Matrix Wollen nicht auffallen Und wollen auch schon Gar nichts gegen die Obrigkeiten tun Weil sie sonst Vielleicht mit einem Gummiknüppel Eins oben drauf kriegen Oder was meinst du Ich war mal genauso wie die Bis vor vier Fünf Jahren War ich genauso wie die Und wenn ich das Heute zurückblicke Ähm Ist es beschämend Ja Ja also Man kauft sich Schuhe Man guckt Ohne Bluse Für zehn Euro Ist es das Nein Ist es nicht Ja Auch Geld Also ich habe hier gelernt Mit so wenig Geld Zurecht zu kommen Wenn man sich gesund ernährt Oder halt schaut Ähm Und da nicht Diesen ganzen Chemie Scheiß kauft Ähm Interessanterweise Kommt man dann super Mit seinem Geld hin Ja So und Wenn ich zurückblicke Nein Ich möchte nicht mehr Nicht mehr so sein Wie ich da Vor vier Fünf Jahren war Ja Das ist halt Im Film Matrix Auch sehr deutlich Geschildert Wenn du einmal Diese Pille Geschluckt hast Dann Geht es keinen Weg zurück Dann kann man sich Das auch gar nicht Vorstellen Oder Nein Also ich Als ich hier angefangen habe Und Das hat ja jeder von uns Und ich bin natürlich auch Auf Das eine und andere Video gestoßen Und ich war teilweise entsetzt Ich habe teilweise geweint Also Ähm Auch Das Leid der Tiere In den Schlachthöfen Ähm Muss ich sagen Hat mich dann auch dazu bewegt Ähm Es für mich Zu sabotieren Genauso wie viele andere Dinge Ja Das ist übrigens auch ein Grund Weswegen ich Komplett Von Von Fleisch Vom Fleischverzehr Weggegangen bin Vor vielen Jahren Und habe es keinen Moment bereut Auch mit Fisch bin ich Vorsichtiger geworden Das ist gut Ja man muss sich mal vorstellen Legen wir doch einfach mal zugrunde So ein hässlicher McFress Burger Ich weiß nicht Die wenigsten werden wahrscheinlich Wissen Wie viele Tiere In einen so einen Hamburger stecken Es sind tausend Stück Das ist das Fleisch Von tausend toten Tieren Ja die auf grausame Art und Weise Hingerichtet wurden Äh und gequält wurden Vorher und was weiß ich Oder So und dann muss man noch bedenken Ähm Die Inhaltsstoffe Legen wir mal eben den Fokus Auf die Inhaltsstoffe Ähm ich weiß Ähm ich weiß Ähm dass zum Beispiel äh Kinder und Jugendliche ähm In den Suchtkliniken ähm Absolutes Verbot haben Diese Lokalitäten zu besuchen Absolut So ähm weil die Kinder müssen sich ja dann Ähm einen Drogentest unterziehen Und dieser Drogentest Zeigt Ähm Ähm Stoffe an Die In deren Ähm Liste als Drogenpräparat Geführt werden Das sollte vielleicht auch mal Den einen oder anderen Zum Nachdenken anregen So Ja absolut Also ich äh Ich bin genauso Früher gewesen Ich hab voll vertraut Ja Ich hab vertraut Und das ist glaube ich Der größte Fehler Den man machen kann Oder Hä Ja ich erinnere mich Wenn ich weiß nicht Durchhalb Deutschland Äh Schubs werde Dann hieß es auch Oh Burger King Und lass uns da mal Ich möchte einen Hamburger essen Der so groß ist wie mein Gesicht Jo Gesagt getan Ne Heute Never 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 Nichts mehr Gar nichts mehr Weil letztes Mal Ging es mir dann halt Auch so schlecht Das kann man sich gar nicht vorstellen Ja Vor allem wenn man das dann bewusst Ähm Erlebt Ja Die meisten stopfen es ja unbewusst rein Und fahren eben auf diese Suchtstoffe Diese Geschmacksstoffe Herein Die dazu gefügelt werden Damit man das überhaupt genießen kann Oder Also ich Möchte es mit Sicherheit nicht mehr genießen Ehrlich nicht Ja Also das ist übrigens auch ein guter Tipp für alle Die immer nach Tipps suchen Was kann ich tun Um der Matrix Eins auszuwischen Um den Dims Den Gar auszumachen Auf absolut friedliche Art und Weise Und dabei auch nochmal ein paar Tierchen zu retten Verzicht auf diese Art von Ernährung Wenn es überhaupt Ernährung ist Oder Was meinst du Oli Tja Fleisch Fleisch ist ja auch Es ist ja auch eine ziemlich umstrittene Sache Der eine sagt Jo Ich komme ja ohne Fleisch nicht aus Und isst mal täglich Brot Und Weiß ich nicht Also ich habe Habe ich mir erzählen lassen Ich glaube es war sogar die Gabi Die davon berichtete Die gesagt hat Wenn also ein Löwe irgendwo in Afrika Ein Tier reißt Eine Antilope oder so Dann ist vorher das ausgemacht Mit dem Mit dem Herdenführer Herdenführerin Dass dieses Tier geopfert wird Ja Also es gibt dort eine Ja Eine Eine Kommunikation Und aber hier Wie das hier abläuft Dass diese An der Ja quasi Am laufenden Bande abgeschlachtet werden In erbärmlichen Zustand Die haben nie Richtig leben dürfen Diese Kühe Wenn man das sieht Wie die da hingerichtet werden Die werden also in dunklen Stellen gehalten Voll gepfropft mit Medikamenten Und was weiß ich Und dann auf erbärmliche Art und Weise Noch von den Pflegern Sozusagen Oder von den Wärtern Da Wärter sind das eigentlich Gequält Und dann auch noch So abgeschlachtet Wach Also es ist wirklich ekelhaft Gut Ich erinnere mich Ich erinnere mich An einem Video Das ist auch im Netz vertreten Vielleicht kennt es der eine oder andere Ich denke Das Video selber Wurde in den USA gemacht Es geht also um einen Bauern Der hat Ein Kälbchen Ich weiß nicht Ob das frisch geboren war Oder schon ein paar Tage alt war Der hat das so Böse Misshandelt Der hat das Weiß ich nicht Als ob ich mir jemanden Über die Schulter schmeiße Im Kampfsport Und dann hat er auf das Kälbchen Eingetreten Also das fand ich Ganz ganz schlimm Ich weiß nicht Wer es von euch kennt Ja Das ist glaube ich Ziemlich rumgegangen Aber Aber Oli Kommen wir nochmal zurück Zu Recht Sind wir jetzt ein bisschen Abgeschwiffen Aber es gibt so viele Unglaublichkeiten Auf der Erde Aber vielleicht wäre es Auch noch ganz gut Wenn du nochmal so Zurückkommst Auf deine Persönlichen Erlebnisse Weil es geht hier um Deine persönlichen Erlebnisse Und wir können auch allgemein Das Thema nochmal Diskutieren Was du davon hältst Vom Shapeshifting Was deiner Meinung Oder deiner Ansicht nach Vielleicht auch noch so Dahinter steckt Tja Dafür kann man ja auch Eigentlich nur Auch nur spekulieren Es ist ja jetzt nicht so Dass solche Leute Tagtäglich So beim Weg laufen Ich denke Vielleicht war es Eine einmalige Kelegenheit Dass ich das erleben durfte Vielleicht wiederholt es sich Ich bin natürlich Jetzt auch auf Zack Muss ich ja ganz ehrlich sagen Also Jeder Der mir das mal Gegenüber tritt Der mir das mal Durchleuchtet Buchstäblich Durchleuchtet Ja Und Auch habe ich mir Mal einen anderen Spaß gemacht Bei einem anderen Unternehmen Da habe ich dann Das Hosenanzugszeichen Irgendwie mal so In die Menge gestreut Irgendwie Auch da Alle waren total irritiert Ja Wie hast du das gemacht Also Kannst du das beschreiben Also man muss sich das ja so vorstellen Wenn ich mit In diesen Sitzungen bin Was ich ja schon immer gemacht habe Ich sondiere den Raum Ich sondiere die Menschen Ja Das heißt Auf der einen Seite wird der Vortrag gehalten Ich muss da ja nicht zuhören Ich kenne den ja Ich weiß ja Ist ja immer irgendwo das gleiche Spiel Was abläuft Und Und es baut sich in dem Raum Interessanterweise Immer So eine ganz spezielle Energie auf Ich weiß gar nicht Wie ich die beschreiben soll Manchmal kann man die schneiden So und Dann fange ich an Ich schaue den Leuten ins Gesicht So und auch da Mal so An die anderen Ich denke der eine oder andere Weiß es oder hatte schon mitbekommen Wenn man Mal die ganzen Prominenten anschaut Und ich denke Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt An der Stelle Dann stellt man fest Sei es unser Hosenanzug Sei es unser Gollum Wie auch immer Die haben alle Die gleiche Augenfarbe Achtet mal drauf Ja Es zieht sich Es zieht sich durch die Politik Es zieht sich Durch die Medienlandschaft Es zieht sich Durch die Musikbranche Und alle haben Diese komischen Blauen Augen Gut Ich meine Diese schwarzen Anzüge Und so werden ja auch Da mal dem Bereich der Satanischen Luziferischen Anbeter Zugeordnet Gibt es da aus seiner Sicht Irgendeine Verbindung Zwischen Reptoiden Oder Schäbschiftern Und Luzifer Oder so Natürlich Es ist vielleicht alles Nichtsermaßen Spekulation Aber was ist dein Gefühl Was ist deine Intuition Mein Gefühl Oder meine persönliche Meinung Beides Also meine persönliche Meinung Ist es ein hochkriminelles Konsortium Was hinter Schloss Riegel oder in meinen Keller Muss Aber das mit dem Keller Keller wollen wir nicht Hier vertiefen Nein 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 Okay Vom Gefühl her Läuft da eine ganze Menge schief Aber richtig So und Man sollte vielleicht mal Jetzt auf dieses Konsortium Zu kommen Leute überlegt doch mal Die Strompreise Die werden jetzt erhöht Teilweise um 13% Warum werden die erhöht? Jeder schrie Die Kernkraftwerke müssen weg Aber so ein Kernkraftwerk Das kannst du nicht mal eben Einen Schalter umlegen Und dann ist das aus Funktioniert nicht So ein Kernkraftwerk Braucht 10 Jahre Um runterzufahren Das heißt Dieses Kernkraftwerk Um Dass es runterfährt Braucht Strom So Und diesen Strom Bekommt es dann durch In Anführungsstrichen Erneuerbaren Energien Die es ja nicht gibt Ne Erneuerbare Energien Gibt es nicht Das ist ein Unwort Das ist also Absolute Volksverblödung Und jeder der dieses Wort In den Mund nimmt Sollte man normalerweise Ja Nächste Ausführung Schenke ich mir dann Es ist eine absolute Volksverdommung Was die Leute Da mit euch machen Das heißt Die haben im Prinzip Einen sehr teuren Strom Ja wie soll ich sagen Investiert Ja Nein Um das auf den Punkt zu bringen Ja Wir zahlen Das runterfahren Der Kraftwerke Nur so ein bisschen Um drei Ecken rum Weil Diese Ja Diese Propeller Diese unschönen Propeller Die überall in der Landschaft stehen Die auch gar nicht mal So gesund sind Wo im Übrigen Die Grünen Hinterstecken Und die machen da Richtig Geld mit Ja Genau diese Energie Müssen wir zahlen Damit diese Kernkraftwerke Jetzt runtergefahren werden können Und das zehn Jahre lang Das ist vielen Gar nicht klar Dass das so lange geht Oder Ja Die denken Man schaltet das einfach ab Über Nacht Und dann Ja Nächste Woche läuft es nicht mehr Oder Genauso sehen die Leute Und so wird es ja auch suggeriert Aber es ist nicht so Ja Dann haben wir Hammer Informationen Die dem wenigsten So klar ist Oder Ja Ja aber Nochmal zurück Ich bin mit der Antwort Noch nicht zufrieden Uli Dann frag nochmal Das heißt Ja Ich wollte nochmal Seinen Ausdruck haben Zu Sagen wir mal Solchen Erlebnissen Wie du sie hattest Wo du eben gesehen hast Dass die Wesen Oder Menschen Sich halt verändert haben Eben mit ihren Zungen Was weiß ich Eine Energiewelle Die um sie herum ist Dass sie sich als etwas anderes Entpuppen Als das was sie Vermeintlich sind Und Die Frage Die dahinter steckte war Gibt es eventuell Irgendwie eine Eine Verbindung Zwischen dem Bösen Dem Luziferischen Dem satanischen Und eben Solchen Reptoiden Oder solchen Wesen Die du erkannt hast Oder ist das etwas Was zusätzlich da ist Wie würdest du das sehen Oder ist das alles eins Die stecken alle Unter einer Decke Detlef Definitiv Das heißt Es gibt eine Wenn wir es so sagen Eine Verschwörung Gegen Die Menschen Seien es von Anderen Wesen Die Sich zusammengeschlossen haben Um uns auszurauben Auszusaugen Was auch immer Also irgendwas Irgendwas wird dran sein Wenn man Wenn man betrachtet Heißt es ja Wir hätten Wir hätten Die ersten Flugscheiben Gebaut Ja Wir hätten Den ersten Kontakt Gehabt Ob es so ist Ich weiß es nicht Aber definitiv Gibt es Zwischen Himmel Und Erde Eine ganze Menge mehr Darauf möchte ich mich Jetzt beziehen Ich bin ja so ein Badefloh Ich gehe ja gerne baden Und auch da Ich bin noch nie In der Badewanne Eingeschlafen Aber an dem Tag Bin ich eingeschlafen So Wie das Wie Mädchen Das eben halt so machen So Man wäscht sich so Von oben bis zu den Fußspitzen Und jetzt alles prima So Und dann relaxt man noch Ein bisschen Bis man eben halt dann Das Ganze dann Beendet Jetzt bin ich eingeschlafen Das heißt Ich war eigentlich Mein Kopf bis Fuß War alles prima Bin eingeschlafen Und dann bin ich wach geworden Das Wasser war nur noch lauwarm Und Was mir dann aufgefallen ist An meinem Rechten Oberarm Unterhalb Des Ellenknochens So Ich sag mal Wenn wir vom Ellenknochen gehen So Ja Zehn Zehn Zentimeter ungefähr Befand sich Ein schwarzer Stempel Es war kein Merkmal drauf Es war einfach nur Viereckig und schwarz Und ich weiß bis heute nicht Wie kommt der da hin Oder wie kam er da hin Mir fehlt auch einfach die Zeit Dazwischen irgendwo Das heißt Es könnte sein Dass du irgendwie Das irgendwie manipuliert wurde An dir Kann ich nicht mehr ausschließen Dann ein anderer Fall Es war mal kalt Dann habe ich die Badezimmertür zugemacht Und Liege so in der Badewanne Und Die Tür Geht so ein bisschen Hin zum Schloss Normalerweise Meint man ja dann Ist die Luft So Und Ich dann aus der Badewanne raus Wieder so ganz salopp Du musst die Tür aufmachen Und Dann Ging tatsächlich die Tür auf Auch eine komische Sache Dann Wenn ich bade Ich weiß nicht Ob es mit den Mit den Aufsteigenden Warmdämpfen Zusammenhängt Oder nicht Ich nehme dann In meinem Badezimmer Immer So Energieschwankungen War Und auch manchmal Wenn ich hier im Büro sitze Habe ich das Gefühl Irgendwas Huscht an mir vorbei Heißt das Dass du Vermutest Dass es Ja Eben solche Wesen Sind Wie du sie Körperlich erlebt hast Also wie du sie Physisch erlebt hast Oder Sind das Während du noch Andere Energien Oder Wesen Die sich vielleicht In deinem Haus In deiner Umgebung Herumtreiben Die dir Ja Die dir zu schaffen machen Ja Es macht mir schon zu schaffen Klar Natürlich Weil Die ganzen Sachen Drücken ja auch In einer gewissen Form Auf mein Privatleben Und vor allen Dingen Sie nehmen dir Energie Ja Ja Das tut es auch Ja Weil man sitzt ja Man macht sich Gedanken Normalerweise fokussiert man sich Auf schöne Dinge Kann ich gar nicht Hast du auch Wie soll ich sagen Angst Gefühle Während solcher Momente Oder Nimmt dir das Kraft weg Oder Was ist da dein Eindruck Nee Das ist Angst Nee Hab ich rausgeschmissen Ja Ich hab Ich hab Bis letztes Jahr auch hier gesessen Und hab dann gedacht Oh wenn ich jetzt auf diese Seite gehe Oder auf jene Seite Oh dann Kommt der BND Und So Da hab ich hier gesessen Dann hab ich mir vor den Kopf gekloppt Und hab gedacht Mein Gott Was soll das eigentlich Wovor hast du Angst Gut Wenn sie vor der Tür stehen Stehen sie vor der Tür Dann wollen wir doch mal hoffen Dass die Jungs dann auch noch ein bisschen lecker sind Dass es sich dann auch noch lohnt Ja Aber das Thema ist vorbei Ich hab diese Angst innerlich irgendwie am Arsch und Kragen gepackt So Und hab sie neben mich gestellt Raus Hat in mir nichts mehr zu suchen Und Seitdem Geht es mir besser Ja Das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Tipp Für alle die Die so ähnliche Ja oder Ängste haben Angst über Bord werfen Weil das ist ja das was sie wollen Sie setzen ja die Angst ein Um davon Daran sich zu laben Sich zu Davon zu ernähren Von diesen Angstenergien Oder Ja So das erwähnte ja Frau Dr. Tachyain ja auch Dass sie halt genau diese Energien brauchen Um zu existieren Jetzt komme ich nochmal zurück Auf das was du in der ersten Stunde geschildert hattest Dein Erlebnis da in diesem Meeting Ja Wo du diese beiden männlich aussehenden Wesen entdeckt hast Die mit ihren Zungen züngelten Jetzt Die hatten dich ja so mehr oder weniger gefragt Ob du vielleicht Für sie arbeiten würdest Ja Hätten dich dann dafür bezahlt Oder was auch immer Quasi gemietet Richtig genau Als Dienstleister Was meinst du Warum die das wollten Haben die irgendwie das Gefühl gehabt Dann Das würde ihnen gut tun Oder sie würden dich damit kontrollieren können Oder Was hast du für einen Eindruck Ich habe das Gefühl Und das ist auch was Das lässt mich auch nicht los Wenn ich mich da auf diese Geschichte eingelassen hätte Dann hätte ich unter normalen Umständen Das Tageslicht so In der Form Nicht mehr Gesehen Das heißt Ein böser Ort Ein negativer Ort Und Ging gar nicht Das ist ein No-Go Das heißt Die hätten möglicherweise eben dir vielleicht etwas Angetan Ja Siehst und direkt wahrnimmst Irgendwie Einfluss versuchen Auf dich zu nehmen Also ich habe Ich habe ja gleich Ich habe ja gleich im Auto gesagt Also so läuft das nicht mehr Wenn dann nochmal hin Dann wäre anders Ich werde diesen Ort Nie wieder betreten Also das habe ich ganz klar gesagt Also Das kam für mich Also überhaupt nicht mehr in Frage Da nochmal Zurück Zu müssen Ja da hätte ich Kündigung Alles für In Kauf genommen Aber da wäre ich nicht mehr Okay Aber hast du jetzt Das ist glaube ich noch nicht so lange her Das war glaube ich in diesem Jahr Dieses Erlebnis oder Das war auch im letzten Jahr Ah war es im letzten Jahr Okay Aber ist dir sowas Irgendwo nochmal geschehen Also Nicht unbedingt jetzt im Arbeitsfeld Sondern Vielleicht so Ja Im Privatleben Oder Am Einkaufen Oder Spazieren Oder Ist dir da sowas auch nochmal wieder Geschehen Hast du sowas nochmal bemerkt Nein In meinem Privatumfeld Nicht Hat sich ja auch ziemlich dezimiert An der Stelle Das darf man ja auch nicht vergessen Weil solche Dinge isolieren einen Das heißt Sobald du eben über diese Erlebnisse Mehr oder weniger gesprochen hast Haben sich Leute von dir distanziert Ja 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 Natürlich Ja Ich weiß nicht aus Angst Es ist ja so Ich schaue ja jemanden ins Gesicht Und Sehe ihn eigentlich schon Hast du diese Fähigkeit Fähigkeit Jemanden Einschätzen zu können Schon immer gehabt Oder ist das erst so In jüngster Zeit gekommen In jüngster Zeit Ist es mir bewusst geworden Letztendlich Unbewusst Habe ich es ja schon seit Jahren gemacht Ja Dargelegt Was ich Von den einzelnen Leuten halte Wie ich die Geschichte Empfunden habe Tja Ja Also Ich finde das Bemerkenswert Insofern Weil ich So eine Erlebnis Das noch nie hatte Ja Ich habe das zwar Angeschaut Und die Berichte studiert Oder Filme angeschaut So Wie dieser Wie dieses YouTube Was du mir da Als Link Zur Verfügung gestellt hattest Vom Papst Und dem Mädchen Mir selbst ist das jetzt Noch nie so aufgefallen Aber es kann auch Vielleicht sein Dass die Antennen Gar nicht genügend Aufgestellt sind Für alles das Denn das ist ja Das Interessante Ich finde diesen Film Ja von Sie leben So klasse Wo der mit dieser Brille Dieser Sonnenbrille Umläuft Und dann eben Mit einmal erst erkennt Dass es Wesen gibt Die ja nicht Menschen sind Sondern anderer Herkunft sind Diese Brille Wie kann man die Ich meine Du hast das Scheint Recht Ausgebildet Aber wie kann man Diese Brille Erlangen Wie kann man eben Menschen Oder Wesen Erkennen Wie du sie Erlebt hast Was wäre da Deine Vorstellung Ich weiß Ich kann dir da Keine Antwort Darauf geben Vielleicht bin ich Einfach nur Wie über viele Andere Dinge Einfach nur Gestolpert Vielleicht sollte ich Das gar nicht Sehen Gut hier schreibt Einer im Chat Man erkennt sie An ihren Taten Und nicht an ihren Worten Ja Gut Okay danach Müssten also Alle Dims Und so weiter Mindestens Reptoid sein Oder sonst was Dims für diejenigen Die es nicht wissen Das heißt Dominant ist in die Minorität Meine Abkürzung Für die sogenannte Elite Oder Ich hätte dann doch Noch zwei Sachen Die mir Doch sehr am Herzen Liegen Ja Und ich möchte das gerne Als Frage In den Raum Stellen Weil auch da Wieder Der Punkt Angekommen ist Wo ich wissen Möchte Hat das jemand Auch gehabt Es gab Ein Fall Da habe ich hier Gesessen Und dann hat sich Vorne Von der Nasenwurzel An Mittig Zog sich Ein Schmerz Wirklich Gradlinig Von der Mitte Über den kompletten Kopf Bis hinten In die Wirbelsäule Rein Angefühlt Hat es sich Als ob Die Gehirn Seiten Also die Linke und die Rechte Gehirnhälfte Nicht zusammengetan Haben So ein Schmerz War das Ja War der Ein Momentschmerz Oder war der Länger anhaltend Nein Der zog sich Von der Nasenwurzel Langsam Über den kompletten Kopf Hinten In den Nacken Rein Aber wie lange Hat diese Wie lange Hat das Angehalten Anderthalb Minuten Achso Also ein relativ Überschaubarer Zeitraum Ja So als ob du so ein Blatt Durchschneidest War irgendwann So Biss ja auch Ziemlich am Ende So Recht fix Ja kann das damit Zusammenhängen Dass wir jetzt in dieser Phase sind Wo offenbar So Kräfte auf uns Einwirken Frequenzen auf uns Einwirken Die uns Und ja Vielleicht Unser DNA Oder so Die Möglichkeit geben Zu wirken Ja das was Hat man ja auch Letztes Mal schon Besprochen Dass wir jetzt Also mehr Aus uns Selbst Erkennen können Als das vorher Der Fall war Das hat natürlich Wie soll ich sagen Auch negative Konsequenzen Das hat mit Schmerz Zu tun Das hat vielleicht Mit Erschrecken Zu tun Dass man mit Einmal sieht Hinter die Kulissen Sieht Oder hier solche Typen da sieht Mit wie sie da Mit ihren Zungen Züngen Das ist ja auch Erstmal ein Schock Oder War das nicht Ein Schock Für dich Den jetzt Gegenüber zu sitzen Ja Also ich meine Vielleicht nicht In dem Moment Natürlich Als ich das Bemerkt habe Da war ich ja Richtig innerlich Auf zack Also Ich denke schon Dass ich so was Wie Ja Wie so eine Abwehraura Um mich gebildet Habe Ah ja Weil die haben Mich ja auch Nicht mehr Aus den Augen Gelassen Dann haben die Das natürlich gesehen Und gespürt Dass du das Erkannt hast Und dass du Diese Aura Verbreitet hast Wahrscheinlich Da war der Teufel los Die haben sich Nicht mehr eingekriegt Ich habe noch nie Erlebt In so einem Meeting Dass sich da Erwachsene Männer Den Mund zu halten Beim Sprechen Das ist ja Überhaupt der Witz Ja Ich meine Diese Information Die du so Erzählt hast In der ersten Stunde Oder jetzt auch nochmal Repetierst Hier und da Das ist ja etwas Das muss man sich Erstmal überlegen Was das für Eine Ja Was für ein Erlebnis Das gewesen ist Oder Also für mich War es sehr anstrengend Und Ich war ja dann Anderthalb Stunden Auf einem Energieniveau Weil Vicky Das war für mich Ein Schutz Also Ich stand so Unter Stress Unter körperlichem Stress Ja Ja Weil ich ja auch Gemerkt habe Dass Die gemerkt habe Dass ich sie Gemerkt habe Ja Ja Ich meine Was uns doch auch Auffällt Ja Das ist Dass Dass Alle Viel mehr Leute Aufwachen Und Die Situationen erkennen Die Hintergründe Erkennen Und auch erkennen Dass das was uns Vorgespielt wird Alles nur Spiel ist Dass das gar nichts Reales ist Und so weiter Dennoch für uns Negativ Und das Und das setzt Diese Sogenannten Dominanten Irrsinnigen Eliten In Angst Und Schrecken Und deswegen Gibt es ja auch Diese ganzen Anziehenden Repressalien Über Sogenannte Sicherheitskräfte Ob es Polizei Militär Was weiß ich Jetzt sind ja sogar Hier Das hatte ich auch Auf meiner Newsseite Natürlich schon Bekannt gegeben Auch In Griechenland Schon Oder war es in Spanien Ich glaube in Spanien 3000 Polizisten Auf die Straße gegangen Haben gesagt Hey Sorry Aber Wir wollten eigentlich Nichts gegen euch machen Wir wollten eigentlich Auf eurer Seite stehen Und Ist das nicht Eventuell irgendwie Eine Reaktion Die man jetzt Überall spüren kann Dass erkannt wird Wer eigentlich Hinter den Kulissen Tätig ist Wie immer Ob das jetzt Luziferische Satanische Reptoide Ausmaße angeht Was ist da deine Ansicht Solange der Preis stimmt Und die Noten Werden doch gedrückt Wir haben doch Nur noch Blüten Das ist doch kein Geld mehr Jaja Das ist Sowieso Ich meine Das hat nie Wirkliche Werte Gehabt Oder Ab Ab einer Gewissen Summe Ist jeder Käuflich Meinst Ja Naja Ja Also Ich weiß nicht Also ich Ich bin nicht Käuflich Also für Geld Auf keinen Fall Für Freiheit Vielleicht 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 Die meisten Aber Was glaubst du Eigentlich Wenn da so Geschäfte gemacht werden Auch im Energiesektor Ja Dann Fährt der eine oder andere Dann schon mal so einen großen Fernseher mit Ja Oder DVD fürs Kind Ja Ein nagelneues Handy Dann fürs Enkelkind Wie auch immer Die Dinge laufen da anders Mhm Das ist eine eigene Welt für sich Und für mich ist es Für mich ist es eigentlich doppelt schlimm Weil ich stehe ja da Buchstäblich zwischen den Stühlen Ich bin so gerne hier bei euch Seit du angefangen hast Bin ich hier und höre Und auf der anderen Seite Muss ich mich genauso Genauso mit dem Pack rumschlagen Was wir eigentlich alle verurteilen Ja das ist glaube ich Ein ziemlich schwieriger Spagat Das ist ein großes Los Was ich trage Ja natürlich ist es ein Spagat Weil das hat ja wiederum Für mich zufolge Dass dann der eine oder andere denkt Oh das ist ja hier so ein Troll Oder ein Dot Oder ein Bot Oder immer wie die Dinger heißen Klar fällt man schnell In eine Schiene Wo es heißt Oh So Das ist einer von denen Und ich kann da leider nichts für Die Seite war Er da Als ihr Und ich kann Und ich kann jetzt nicht irgendwo Meine Existenz An der Stelle Aufs Spiel setzen Nur weil Ich mich eben Als euch mehr hingezogen fühle Gut Das sei dahingestellt Jeder muss natürlich überlegen Was der Sinn Und Zweck seines Lebens ausmacht Das ist schwer Hier so generell zu beantworten Und jeder muss das Für sich selber ausmachen Aber natürlich müssen gewisse Prinzipien immer da sein Das war für mich immer wichtig In meinem Beruf Mich hier nie verkaufen zu müssen In dem Sinne Gut Ich meine Man gibt vielleicht nach Man findet Kompromisse In gewissen Dingen Aber Ich habe mich nie verkauft In meinem Leben Noch nie gemacht Das muss auch so sein Weil spätestens dann Verliert man auch an der Stelle Das Rückgrat Ja Das ist ja furchtbar Ohne Rückgrat rumlaufen Da bist du ja nur noch Eine Wurst Ich weiß Wenn wir über solche Themen Immer sprechen müssen Dann sage ich immer Ich sage du und deine kriminellen Kumpels Dann lass mich damit in Frieden Ich sage die gehören alle ins Gefängnis Wie soll ich damit umgehen? Öffentlich darf ich damit so nicht umgehen Ja es geht auch vielen Menschen so Die Die eigentlich fühlen Manche haben es ja sogar erkannt Aber manche eben noch nicht so Die aber fühlen Irgendwie ist diese Welt Nicht real Sie müssen aber Um existieren zu können Sich Was weiß ich Böckeln Sie müssen Zum Beispiel Nehmen wir Hartz IV Die müssen da irgendwelchen Leuten hinterherlaufen Irgendwelche Sachen preisgeben Ihre Grundrechte aufgeben Sie werden mit Füßen getreten Nur damit sie überhaupt leben können Aber das ist auf die Dauer ja natürlich nicht tragbar Das gibt ja auch entsetzliche negative Energien Oder? Ja und ich denke Dass das Ganze in einer riesen Katastrophe enden wird Ja oder eben so wie wir das hier versuchen Doch einige noch mit aufzurütteln Sie darauf aufmerksam zu machen Hoppla ja Irgendwie da hat er recht Und jeder ist an einem anderen Punkt zu fassen Dass wir eben dazu beitragen Hier mit eben auch solchen Berichten Wie sie von dir kommen Sehr authentisch Und sehr natürlich Und selbst erlebt Berichtet Dass man einfach sieht Mensch ja Das ist also schon erheblich Und dann irgendwo Selber einen Punkt findet Mensch das ist mir auch so gegangen Oder so ähnlich Ich denke das ist Ein ganz wichtiger Punkt Dass wir das so tun oder? Ja also ich würde mich Würde mich freuen Wenn ich Resonanz bekommen könnte Die grüßt Sie ja schon hier Positive Ja ich habe euch auch alle lieb Hier guckt mal Da schreibt einer aus dem Chat Super Sendung Detlef von Ole Ist doch klasse Ne Das ist sowieso mein Erlebnis Seitdem ich hier überhaupt eine Sendung mache Dass man überhaupt auch mal über Themen spricht Die sonst gar nicht so angesprochen werden Dass überhaupt erstmal die Leute merken Hoppla ich bin ja gar nicht allein Mit den ganzen Gedanken Oder mit dem Gefühl oder so Weil wir sind ja nicht allein Du bist nicht allein Ole Wir sind alle nicht allein Weil wir haben uns alle Und wir finden uns ja alle auch Und dafür ist das Internet Ein toller Ort Aber nicht nur Wir sind ja über Frequenzen Weltweit miteinander verbunden Wir haben diese Antennen Wenn wir sie ausfahren Und auch den Empfänger ausfahren Dann können wir uns alle auch telepathisch erreichen So wie du das jetzt mit deinem Tier Mit dem Oleander erlebt hast Dass ihr sehr stark miteinander verbunden wart Oder? Ja Und wir wollen ja auch nicht nur über Probleme reden Wir wollen ja auch dann versuchen Lösungen aufzuzeigen Die beste und die einfachste Lösung ist Aufwachen Bewusst werden Und das Positive finden Und dann das Positive umsetzen Wie gesagt, Hedl, zum Abschluss Ich würde mich freuen Wenn es andere wie mich gibt Dass ich nicht mehr alleine bin Ja Und guck, da sind ganz viele Herzchen Die jetzt hier kommen Ja, schauen wir nochmal Da steht was Frag Ole mal, ob sie eine kleine Narbe in der Mitte hat Oder um die Mitte der Stirn hat Schreibt jemand Nein Hast du sowas? Nein Hast du sowas? Nein Nein, also eine Narbe? Nein Am Kinn habe ich eine kleine Narbe Kinn? Okay Ich weiß nicht, ob ich da mal eins draufgekommen habe Bevor ich nichts weiß Aber Ist sie wohl da? Dann kommt noch was Hallo Ole Hallo, hallo Detlef, Ole Ich wollte mal fragen Hast du diese Wahrnehmung schon als Kind gehabt Oder ist das erst als Erwachsener aufgetreten Und hast du es gleich als das wahrgenommen, was es ist Also außersinnliche Wahrnehmung Oder hast du es anfangs vielleicht als Einbildung abgetan? Ganz kurz, wir haben ja nicht mehr ganz so viel Zeit Als Kind Also ich sag mal So zwischen meinem fünften, sechsten Lebensjahr Und so achte, neunte, zehnte Ich möchte jetzt etwas großspielig sein Hatte ich auch immer wieder kehrende Träume Ich konnte als Kind in meinen Träumen fliegen Und ich habe immer alle gerettet Vor dunklen Wesen Oh, siehst du, dann passt das doch zusammen Vielleicht ist das ja dein Schicksal Oder dein Kiesmet Oder wie immer Dass du jetzt eben auch durch dein öffentliches Auftreten Durch deine Aktivitäten dazu beiträgst Anderen zu helfen Die ja auch solche Erfahrungen gemacht haben Und da werden sich sicherlich noch einige melden Ihr könnt euch ja hier, ne? Du bist häufiger auch im Chat hier bei Wakenews.net, Wakenewsradio Im Wakenews-Chat Wakenews-Radio-Chat Da können sich dann ja auch einige mal bei dir melden Oder beim Mumble, ne? Oder? Ja Ist da auch häufiger mal drin, oder? Im Mumble? Ja Oh, nein, 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 nein Ist da nicht drin Okay, aber hier im Chat Ich bin so ein Unmambler, bin ich so Ah, okay, ja Na ja Macht ja auch nichts Das ist hier, der Chat ist ja auch schon mal was, gell? Hier beim Wakenews-Radio Ja, also da wirst du sicherlich auch noch den einen oder anderen finden Der dir ja Kommentare zu der heutigen Sendung gibt Und wir werden das dann nachher ja auch aufzeichnen Als Video zur Verfügung haben Da wirst sicher auch noch der ein oder andere Mitteilung kommen Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, dich zu kontaktieren Eine Kontaktadresse, die du rausgeben willst Oder eher nur so Chat Dann würde ich dich dann bitten Sollen die das an mich schicken? Ja, bitte, da bitte ich drum, ja Also wer eventuell mit Ole da Kontakt aufnehmen will Kann er mir erstmal oder eben ähnliche Symptome oder ähnliche Dinge erlebt hat Kann sich ja bei mir melden, bei radioadwakings.net Ich werde das dann einfach weiterleiten Und dann schauen wir mal Okay, super Ja, also klasse Ole war sehr mutig War ja dein erster Auftritt in einem Radio Ja, ich habe ja auch Blut und Wasser geschwitzt, Leute Warst du aber ganz prima gemeistert Aber ich sehe schon, wir sind hier kurz vor Ende Und wir werden die Sendung gleich nochmal wiederholen Also wer da nochmal reinhören will Wer das nochmal mitkriegen will Wie du das erlebt hast Und was es damit auf sich hat Der kann das gleich hier tun Ich spiele das gleich ein Und zum Ende der Sendung spielen wir dann noch Hell on Earth Hölle auf Erden Aber das soll ja nicht so bleiben Wir wollen ja ein bisschen was ändern, oder? Hä? Denke ich mal, ja Ja, wir müssen raustreten Also gut, dann machen wir das Und dann Sag doch noch ein letztes Wort Und dann gehen wir in die Sende rein Ja, vielen Dank, dass ihr mir alle so Zugehört habt Und mir eure Zeit geschenkt habt Und gewidmet habt Und ich sage mal, bis später Bis dahin Ja, herzlichen Dank, Uli Und wir hören jetzt noch Hell on Earth Und das ist von Outer Space Und dann hören wir dann in der Zwischenpause Bis ich das umgeschaltet habe Noch Unity Pacific Mit Unity Na, ein bisschen Reggae Alles klar Bis gleich Ist der Detlef von Wake News Radio Wake News TV Wir hören uns am Donnerstag Mit der Sondersendung Mit Ralf Böß Alle einschalten Bis dann Wake News Radio Für alle, die aufwachen wollen Ohne Blatt vor dem Mund Werden die Machenschaften Der Dims und der Cracks Der dunklen Kräfte Hinter den Kulissen dargestellt Diskutiert Und die Verschwörungsplätze Aufgedeckt Jeden Dienstag Kommt Donnerstag Von 16 bis 18 Uhr Die europäische Zeit Hereinhören Mehr unter Wetens.net Die europäische Zeit Erfolgs Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.